Hallo liebe Leute, ich begrüße euch zur dritten Vorlesung Energie und Klima im Sommersemester 2021 in Corona-Zeiten. Ich bin also wieder in meinem Keller, es ist eine Videoaufzeichnung und es wird auf YouTube publiziert und in hoher Auflösung auf meiner persönlichen Cloud für die Studierenden. Zusätzlich gibt es die PDFs und auch die PowerPoints dann für die Studierenden zum Download. Ebenfalls von meiner persönlichen Cloud. Hier sind nochmal die Vorlesungszeiten und das ist jetzt die dritte Vorlesung, die wird freigeschaltet am 20. April, Dienstag, 11.45 Uhr. Jedenfalls im Prinzip, aber sie ist sicher schon vorher verfügbar. Übungsgruppen haben wir jetzt zwei Tutoren für die Studis, also es gibt zwei Übungsgruppen. Wir haben allerhand Anmeldungen, ich glaube über 20, sodass wir also zwei Übungsgruppen machen müssen, die dann per Konferenzsoftware stattfinden und je nachdem wie viele Punkte man braucht, muss man da Aufgaben vorrechnen, einen Vortrag halten oder am Ende eben eine Prüfung über sich ergehen lassen. Und diese Prüfung, das hängt dann davon ab, ob man Bachelor oder Master macht, das ist eine Klausur oder eine mündliche Prüfung. Das hatte ich aber schon mal berichtet, deswegen nur ganz kurz hier der aktuelle Stand in der dritten Vorlesung. Ja, wo sind wir? Wir sind am Anfang, also dritte Vorlesung. Es gibt insgesamt, glaube ich, so für das Sommersemester, ich weiß nicht, ist, glaube ich, eine Woche länger als normal wegen Corona, gibt es so 26 oder 24 Doppelstunden. Jede Doppelstunde ist zweimal 45 Minuten lang, also es sind schon ein Haufen Stunden Vorlesungen. Wir sind ja am Anfang in der dritten Vorlesung, erste Vorlesung war ein Quiz, zweite Vorlesung war Einführung. Wir sind immer noch in diesem ersten Punkt hier Datenübersicht, Einheiten, Definitionen und dann wollte ich heute ein bisschen was über Speicherung erzählen. Und dann fange ich an mit den fossilen Energien und zwar erst mal mit der wichtigsten fossilen Energie. Was wichtig ist, da gehen die Meinungen auseinander, aber ich würde mal sagen, das ist Erdöl. Also was ist Erdöl überhaupt? Deshalb komme ich heute vermutlich gegen Ende der Vorlesung. Also dann geht es richtig los mit Energieträgern. Aber erst mal immer noch die Datenübersicht, die ich ja letztes Mal begonnen habe. Zusammenfassungen gibt es für jeweils eine Woche, also zwei Doppelstunden, also drei Stunden Vorlesungen werden zusammengefasst, so vielleicht 20 Minuten oder 30 Minuten Kurzfassungen auf meinem privaten YouTube-Kanal. Also die eigentlichen Vorlesungen werden auf dem Uni-Kanal Grenzen des Wissens publiziert. Aber hier diese kurzen Zusammenfassungen, die wollte ich dann auf dem kleinen Gante-Först-Kanal publizieren. Findet man auch im Netz. Also das sind die Kurzfassungen. Für die Studis reichen die Kurzfassungen nicht, möchte ich dann kurz mal darauf hinweisen. Das ist mehr für die Laien. Wo sind wir also? Dritte Vorlesung, 20.04. Vierter, Zahlenbasis und so weiter. Und hier ist immer, was wir geschafft haben, das andere, die Inhaltsangabe, das ist das Soll. Also was ich plane und das ist das, was ich geschafft habe. Also bisher noch herzlich wenig, wie man sieht, dritte Doppelstunde. Zahlenbasis. Und damit geht es jetzt los mit der richtigen dritten Vorlesung. Ich hatte in der zweiten Stunde nach dem Quiz, also die zweite, jetzt sind wir ja in der dritten, hatte ich eine ganze Menge Zahlen gebracht zum Energieverbrauch und zur Bevölkerungsentwicklung und solchen Sachen. Also das sind so Grunddaten, die mit dem Klima, vor allen Dingen mit den CO2-Emissionen und dem Energieverbrauch zusammenhängen. Und dann hatte ich ein bisschen angefangen mit dem Treibhauseffekt, den Grunddaten. Also es kommt ja dann im zweiten Teil der Vorlesung richtig der Hintergrund zum Klimawissen, aber jetzt eben noch die Zahlenbasis. Und dazu will ich eben jetzt noch ein bisschen ergänzen zum Thema Klima. Und Klima, da haben wir die Klimaerwärmung und die Klimaerwärmung geschieht durch die Treibhausgase. Und als Treibhausgase, da gibt es hier diese Gase, die hier in diesem Kuchendiagramm aufgezeigt sind. Und das hauptdiskutierte Treibhausgas ist ja das sogenannte anthropogene Treibhausgas, Kohlendioxid, was bei der Verbrennung der fossilen Energieträger, Kohle, Erdöl und Erdgas entsteht. Aber das ist gar nicht das Haupttreibhausgas, sondern der Treibhauseffekt, der bewirkt insgesamt eine Erwärmung um 33 Grad. Celsius oder Kelvin, das eine Gradabstand ist das gleiche, nur ein Nullpunkt ist ein anderer bei den beiden Skalen. Also um 33 Grad. Das heißt, ganz ohne Treibhauseffekt. Also sollte es mal Demonstrationen gegen den Treibhauseffekt geben, ist es jetzt schlecht, weil dann hätten wir eine globale mittlere Temperatur von minus 18 Grad und dann wären die Ozeane eingefroren und Leben gäbe es nicht. Gab es übrigens auch mal in der Klimavergangenheit Phasen, als die Ozeane praktisch ganz eingefroren waren. Das ist der Schneeball Erde. Und das haben wir dann, wenn es eben keinen Treibhauseffekt gibt oder fast keinen. Und das ist schlecht. Und diese Erwärmung durch den Treibhauseffekt, und was das ist, erkläre ich dann im zweiten Teil, aber durch diese Erwärmung um 33 Grad, die wird hauptsächlich vom Wasserdampf getragen. Das Haupttreibhausgas, das ist aber ein natürliches Treibhausgas, das ist der Wasserdampf. Und Sie sehen diese beiden Kuchendiagrammen aus verschiedenen Quellen, da steht jemand drunter, wo ich die her habe. Also hier links unten, das ist vom, nee, wo haben wir es denn? Ja, also man sieht es, das sind so verschiedene Quellen. Die unterscheiden sich so ein bisschen und da mit diesen beiden Kuchendiagrammen, die eigentlich dieselbe Aussage haben, aber unterschiedliche Zahlen zeigen, will ich veranschaulich, dass je nach Quelle, wo man nachschaut, die Zahlen ein bisschen variieren. Das heißt, man sollte genaue Zahlen angaben, meinetwegen im Jahr 2018 haben wir 49 Milliarden Tonnen CO2 emittiert. Ja, wenn man das vergleichen will mit anderen Angaben, da muss man eben genau hingucken, was man hier mit CO2 ist. Ist das effektive CO2 ist oder nur energiebedingte CO2 ist? Und auch bei den Treibhausgasen, da müssen wir unterscheiden zwischen anthropogenen Treibhausgasen, die der Mensch zusätzlich in die Atmosphäre reinpustet und den Treibhausgasen, die sowieso da sind, die natürlichen. Und das wichtigste Haupttreibhausgas, was alleine rund von den 33 Grad, ich glaube 18 Grad oder so Erwärmung, also den Löwenanteil erzeugt, das ist der Wasserdampf. Und Wasserdampf haben wir sowieso in der Atmosphäre, weil drei Fünftel oder noch mehr von der Erdoberfläche ist mit Wasser bedeckt Ozean. Und da stellt sich ein natürliches Gleichgewicht ein zwischen Verdampfung und Kondensation. Also wie in so einem Dampfdrucktopf oder so, abhängig von der Temperatur, haben wir ein Gleichgewicht zwischen der flüssigen Phase, also Wasser im Dampfdrucktopf und dem Dampf oben drüber. Und die Wasserdampfkonzentration oberhalb dieser Wasseroberfläche in einem Dampfdrucktopf, die hängt im Wesentlichen von der Temperatur des Topfes ab. Und das gilt für die Erde auch, wenn die Temperatur höher ist, verdampft mehr Wasser aus den Ozeanen. Und die mittlere Luftfeuchtigkeit ist höher und das würde den Treibhauseffekt verstärken oder wird es auch. Aber das ist ein natürlicher Prozess, der wird von Menschen praktisch nicht beeinflusst. Also auch wenn wir mit Wasserstoffautos rumfahren, die ja bei der Verbrennung von H2 plus O, H2O, also Wasser erzeugen, haben wir da nicht etwa mehr Wasserdampf in der Atmosphäre und es wird noch wärmer durch die Abgase der Wasserstoffautos. Also das ist Wasserdampf. Sondern es gibt natürlich das Gleichgewicht. Es ist immer abhängig von den Klimazonen und von der Jahreszeit und so eine bestimmte Konzentration an Wasserdampf in der Atmosphäre. Und im Mittel macht das eine Erwärmung, ich glaube um knapp 20 Grad oder so. Das kann man aufteilen. Das sind jedenfalls die Prozentsätze hier. So und hier haben wir zum Beispiel ein Diagramm vom MRG Science. Da steht Water Vapor, also Wasserdampf macht 58 Prozent, in diesem Diagramm hier 60 Prozent aus. Also knapp zwei Drittel der Erwärmung ist Wasserdampf. Und das ist wie gesagt der natürliche Treibhauseffekt und die Konzentration von Wasserdampf können wir als Menschen praktisch nicht beeinflussen. Das passiert aber sowieso und ist auch gut so. Dann haben wir das Kohlendioxid. Hier steht 26 Prozent und hier steht 20 Prozent. Das ist schon mal eine gravierende Abweichung. Wie kommt das hin? Da kommt es eben darauf an, ob der natürliche Treibhauseffekt gemeint ist. Das wäre dann die Kohlendioxidkonzentration. Also gerechnet hier auf die Konzentration vor der industriellen Revolution. Oder eben schon mit dem anthropogenen CO2. Es ist ja viel mehr CO2 geworden. Das zeige ich nachher und wie viel mehr. Und dann ist der Beitrag zur Erwärmung vom CO2 natürlich größer, weil mehr CO2 drin ist. Und dann gibt es noch ein paar andere. Das drittwichtigste ist das Methan. Das ist hier mit 9 Prozent angegeben und hier 10 Prozent. Das stimmt also wieder einigermaßen überein. Also Methan entsteht aus der Landwirtschaft. Also die Kühe zum Beispiel, Wiederkäuer, die rülpsen. Also die haben ja so eine Biogasanlage in ihrem Magen. So einen vierteiligen Magen, diese Kühe. Also Wiederkäuer auch, ich glaube Wasserbüffel oder so, gibt es noch ein paar andere Wiederkäuer. Und die tragen eben zu den Methanemissionen bei. Allerdings der stärkste Beitrag kommt von Reisfeldern, Sumpfgas. Aber sei es drum. Also jedenfalls aus der Landwirtschaft kommt Methan und das erwärmt das Klima auch. Und wenn man CO2-Belastung angibt, dann wird häufig CO2 mit so einem kleinen e angegeben. Das heißt, oder ein äh, Äquivalent. Da wird nämlich der Beitrag von Methan und auch hier von den anderen, da gibt es noch Flurvieh, also wo ist denn hier, das kommt nachher, CFCs und so, Flurkohlenwasserstoffe, die machen auch eine Erwärmung. Das wird alles in CO2-Äquivalente umgerechnet und mit einem Wert dann erfasst. Und dann ist dieser Wert natürlich CO2-Äquivalente viel größer als nur die energiebedingten, wirklichen CO2-Emissionen aus der Verbrennung von Kohle, Erdöl und Erdgas. Also man muss genau hingucken, was man hat. Aber grundsätzlich hier die beiden Kuchendiagramme. Es gibt eine Streuung der Daten. Man muss jedes Mal genau hingucken, was ist denn gemeint. Nur das natürliche CO2 oder alle echten CO2-Emissionen oder die äquivalenten CO2-Emissionen inklusive des Methaneffektes. Methan also 10% und dann gibt es hier nochmal 5% CFCs, Chlor, Flur, Kohlenwasserstoffe. Und hier ist noch Ozon dabei. Und Ozon ist hier auch nochmal mit 5%. Ozon ist aber der Ozongürtel. Das gehört auch mit zum natürlichen Treibhauseffekt. Treibhauseffekt setzt sich also aus vielen Gasen zusammen. Und Kohlendioxid ist tatsächlich nur das zweitwichtigste Gas. Und davon wiederum ist ein großer Teil die natürliche CO2-Konzentration. Und das Problem entsteht eben dadurch, dass der Mensch diese CO2-Konzentration, die früher vor der Industrialisierung 260 oder 250 Parts per Million war, heute auf über 400 hochgetrieben hat und damit den CO2-bedingten und bei Methan genauso den Methan-bedingten Erwärmungseffekt hochtreibt. Zusätzlich zu den 33 Grad natürlicher Treibhauseffekt. Gut, und was man normalerweise findet, ist also nicht mit dem Wasserdampf, der wird dann immer beiseite geschoben, weil er vom Menschen eben nicht verändert werden kann. Das sind die sogenannten anthropogenen Treibhausgase. Das sind eben die, die einen zusätzlichen Erwärmungseffekt machen. Maximal sollen das eben laut Klimaschutzabkommen 2 Grad sein, gegenüber der vorindustriellen Temperatur. Im Augenblick haben wir etwas mehr als 1 Grad. Und das sind diese Gase hier. Hier ist jetzt Wasserdampf nicht mehr dabei. Und auch das Ozon ist nicht mehr dabei, denn das Ozon ist auch ein natürliches Treibhausgas. Hier gibt es das Kohlendioxid aus fossilen Brennstoffen. Das ist also genau das, über das wir so viel diskutieren, aus Kohlekraftwerken, aus den Flugzeugen, Gerosin und so weiter. Dann gibt es aber nochmal eine große Ecke, da steht nochmal CO2 dran. Und das ist Deforestation, also Waldabholzung und dann der Zerfall von Biomasse. Es gibt also CO2 aus Fäulnisprozessen, also diversen, also durch den Menschen bedingt, und indirekt auch durch die Abholzung der Wälder. Und natürlich das Verbrennen von Holz. Beim Verbrennen von Holz, also von Wäldern, entsteht auch Kohlendioxid. Und das ist eine Riesenecke. Das heißt, wenn wir uns nur auf die Energiebedenken der Emissionen konzentrieren, dann haben wir absolut nicht alles erfasst, sondern gerade mal ein bisschen mehr als die Hälfte. Ja, dann gibt es hier noch CO2 Other. Ja, das ist ein bisschen ominös. Das passt also weder in die eine noch in die andere Kategorie. Da kommen wir dann zu den Feinheiten. Dann haben wir hier das Methan, 15 Prozent. Also Anthropogenen nur. Der Methananteil ist jetzt viel größer, weil Wasserdampf ist rausgefallen. Also 15 Prozent ist das Methan, hauptsächlich aus der Landwirtschaft. Und da wiederum hauptsächlich der Reis und dann die Viehhaltung. Und dann haben wir noch Lachgas, N2O. Da haben wir noch gar nicht drüber nachgedacht. Das ist noch ein Klimagas, das war jetzt vorhin nicht dabei. N2O, 7,9 Prozent. Das kommt auch aus der Landwirtschaft und aus anderen Quellen. Und dann gibt es hier noch 1,1 Prozent Fernaliven. F-Gase, das sind Fluorkohlenwasserstoffe. Alle möglichen Verbindungen, die teilweise einige hundert Jahre in der Atmosphäre verbleiben. Und das sind alles Gase, die durch die menschlichen Aktivitäten zusätzlich in die Atmosphäre kommen. Und den natürlichen Treibhauseffekt von plus 33 Grad auf plus 34 oder 35 oder 36 hochschrauben. Durch ihre zusätzliche Treibhauswirkung. Und Treibhauseffekt, ganz kurz, das müssen wir noch näher analysieren, ist, dass diese Gase eben undurchsichtig sind oder schlecht durchsichtig für Infrarotstrahlung. Also die Wärmestrahlung, mit der der Erdboden die eingestrahlte Sonnenenergie loswerden will. Währenddessen die Hauptgase der Atmosphäre, das ist Stickstoff und Sauerstoff, für Infrarot durchsichtig sind. Genauso wie für sichtbares Licht. Diese Gase sind also im Infraroten sehr schlecht durchsichtig. Und deswegen wirken sie wie eine Isolationshülle. Und machen es hier unten auf der Erdoberfläche wärmer. Ja, wir sehen also, es ist keineswegs nur das CO2 aus der Verbrennung fossiler Energien, sondern es macht gerade mal ein bisschen mehr als die Hälfte aus. Und wenn wir den Treibhauseffekt wirklich eingrenzen wollen, begrenzen wollen, dann müssen wir schon, wie ich es ja am Anfang betont habe, mit einem ganzheitlichen Ansatz rangehen und wirklich alle Quellen erfassen. Oder zumindest die wichtigsten Quellen erfassen und uns nicht nur auf die, die jetzt offensichtlich sind, konzentrieren. Die Komplexität ist also erstmal, und ich reduziere sie jetzt wieder, auf drei Gase. Also es genügt die drei hauptanthropogenen Treibhausgase zu nehmen. Also Wasserdampf, wie gesagt, wäre der Löwenanteil, ist aber natürlich. Dann gibt es also drei anthropogene, menschenbedingte Haupttreibhausgase. Und hier ist ein Bild aus dem Assessment Report 5 von 2013-14 vom Weltklimarat. Und das zeigt die Veränderung der Konzentration dieser drei Gase seit 1750. Also ich sage immer, 1850 ungefähr ging das mit der Dampfmaschine los. Da hat der Mensch gelernt, Arbeit, also Energie kann man heute sagen, Arbeit aus Kohle, aus Wärmeenergie zu gewinnen. Und das ging erstmal mit der Kohle los. Also da ist es gelungen und das hatte enorme Erleichterungen zur Folge. Wir mussten selber nicht mehr so viel arbeiten, müssen wir auch bis heute nicht, weil Maschinen für uns arbeiten. Aber diese Maschinen brauchen Energie und das war eben über lange Zeit fossile Energie. Und 1850 ging es mit der Kohle los und dann kamen Erdöl und Erdgas dazu. Und wir sehen hier den Anstieg der CO2-Konzentration aus der vorindustriellen Zeit. Das wäre jetzt etwa von 1750 bis 1850 und wenn wir noch 2000 Jahre weiter zurückgehen, ist immer die gleiche Konzentration. Hier etwa 280 Parts per Million. Also ich hatte auch vorhin 250 oder 260 gesagt, das schwankte über die 2000 Jahre oder sogar 10.000 Jahre der letzten Warmzeit so ein bisschen. Und hier geht es eben mit 280 Parts per Million los. Und jetzt steigt es dann ab 1850, 1900 steigt es immer schneller an und heute, wir sehen, die Kurve knickt nach oben ab und das geht dann auch über in diese Mauna Loa-Kurve, die ich letztes Mal gezeigt habe, von den letzten 50 oder 80 Jahren, in einen immer steileren Anstieg und wir sind heute bei 415, 418 Parts per Million. Und die Grenze für eine zu starke Erwärmung, um es nochmal zu wiederholen, sind 500 Parts per Million oder in etwas mehr handlichen Einheiten 0,5 Promille für die Autofahrer. Und hier sind wir schon bei 0,4 Promille. Das ist also der Anstieg und der geht, ja der Anstieg hier ist nicht natürlich, sondern das ist jetzt nicht zufällig gerade gleichzeitig passiert durch Vulkanausbrüche, könnte auch die CO2-Konzentration zunehmen, aber das passt so gut auf die Verbrennung von Kohle, Gas und Erdöl und auch die Mengen passen ungefähr, man kann ja ungefähr abschätzen, wie viel Kohle wurde denn verbrannt und so weiter und das ist etwa die Hälfte, die ist in der Atmosphäre verblieben, die andere Hälfte ist im Ozean verschwunden bzw. in den Landpflanzen. Dann haben wir hier das zweite Klimagas, was hier aufgeführt ist, das ist das N2O, hatte ich ja gesagt, macht so ein paar Prozent aus und wir sehen auch hier den gleichen Anstieg und dann gibt es hier allerdings so ein komisches Plateau, was man sich nur schlecht erklären kann, aber ich glaube heute im Jahr 2021 steigt es weiter an und Anni, das ist die rote Kurve N2O und hier ist das Methan, genau, das Methan zeigt hier so ein komisches Plateau um die Jahrtausendwende herum, darüber gab es dann auch Debatten und da war man der Meinung, oh ein Glück, es scheint irgendwie so eine Sättigung zu geben, auch wenn wir immer mehr Methan aus der Landwirtschaft in die Atmosphäre abgeben, aber scheinbar sind die Abbauprozesse des Methans, die legen Zahn zu und halten die Konzentration hier, aber ich glaube heute steigt es weiter an. Aber darüber reden wir dann im zweiten Teil. Jedenfalls mit der Industrialisierung sieht man den Anstieg N2O, Methan und CO2, der anthropothenen Klimagase und dadurch ist unmittelbar die Erwärmung verknüpft. Es wird also mehr oder weniger parallel zu diesem Anstieg der Gase wärmer, wobei allerdings es nicht zeitgleich passiert, sondern so eine Erwärmung, die ist zeitlich versetzt und zwar unter anderem deswegen, weil die riesigen Weltmeere, die müssen ja mit warm werden. Wenn die globale mittlere Temperatur steigt, dann müssen auch die Weltmeere steigen und die sind ja erstmal kalt, noch aus der letzten kleinen Eiszeit und deswegen dauert das ein bisschen, bis das System so warm geworden ist, wie es den erhöhten Treibhausgasen entspricht, weil die Wärmekapazität der Weltmeere ist ungeheuer und das dauert dann gerne mal 10, 20, 30 Jahre, bis sie nachgezogen sind. Das bedeutet allerdings, selbst wenn wir den Anstieg dieser Treibhausgase jetzt stoppen würden, dann wird es trotzdem noch weiter wärmer werden, weil die Weltmeere sich eben weiter aufheizen auf die neue wärmere Gleichgewichtstemperatur. Also das System Klimaerde hat eine Trägheit und reagiert auf diese erhöhte Konzentration der Treibhausgase verzögert. Und dann gibt es noch Rückkopplungseffekte, führt aber zu weit. Jedenfalls das hier ist das Problem und das Problem ist nicht bloß CO2 aus Fossilen, also aus Kohle und so weiter, sondern da gibt es auch noch ein paar andere Treibhausgase, die zur Erwärmung signifikant, also relativ stark beitragen. Also es würde nicht genügen, einfach nur auf die fossilen Energieträger zu verzichten. Und das kann man dann genau ausrechnen, und zwar Treibhauseffekt. Hier geht es jetzt nur in diesem Diagramm, das ist auch vom Weltklimarat, also IPCC, Assessment Report Nummer 5 steht hier irgendwo, ist ein Bild da draus, also von 2013. Der Stand ist schon ein bisschen älter, aber der Assessment Report 6 ist, glaube ich, der nächste, der ist irgendwie, den habe ich jetzt noch nicht gefunden, also ich meine, der müsste demnächst rauskommen. Wie gesagt, wir haben 2021. Was wir hier sehen, sind die Beiträge an Heizleistungen durch den Treibhauseffekt der verschiedenen Komponenten der Atmosphäre. Also Heizleistungen für die Erdoberfläche, weil das sichtbare Licht reinkommt, aber die Infrarotstrahlung schlecht wieder rauskommt, und dann gibt es einen Wärmestau. Und den kann man umrechnen in eine Heizleistung, wie so ein Heizlüfter. Wenn mir hier kalt ist in meinem Keller, dann mache ich so einen elektrischen Heizlüfter an, also soll man nicht machen, aber wenn mir kalt ist, ist mir eben kalt, ja, und der hat einen Kilowatt, und dann wird es nach 10 Minuten ordentlich warm. Und so ist das hier auch. Hier wird es in Watt pro Quadratmeter, das wäre die Heizleistung, also wenn man die ganze Oberfläche hätte, dann wäre es eine absolute Leistung, aber es in dem Quadratmeter, wird ausgerechnet. Also sozusagen der Wärmestau, als hätte man einen zusätzlichen Heizkörper mit genau dieser Leistung hier installiert, pro Quadratmeter. Und um diese relativ kleinen Werte, das ist hier 1 Watt, 2 Watt, und es gibt auch Kühlungseffekte, bestimmte Sachen wie so Aerosole oder so, die kühlen auch, das eine Watt, da würde man denken, so what, 1 Watt, so die Solarkonstante ist so 1 Kilowatt, was macht denn da schon 1 Watt aus, ist ja ganz wenig. Na gut, da müssen wir jetzt mal genau gucken, was denn 1 Watt bedeutet. Also wie gesagt, das ist so ein amtliches Ding hier vom Weltklimarat, das stimmt schon so ungefähr, ja, also allerdings, das muss man bedenken, das sage ich jetzt jedes Mal, hier sind zwar genau richtig lange, lange rote Balken, nicht, also hier 1,68 Watt pro Quadratmeter CO2, Stand 2013, sieht so genau aus. Aber da ist so ein vertikaler Strich dran, ja, das ist der Fehlerbald, man weiß es gar nicht so genau, man denkt, es ist zwischen 1,5 und 1,8 Watt. Und hier bei dem Netto-Menschengemachten-Effekt, Net Anthropogenic Component, also der Netto-Effekt durch den Menschen, da hat man einen riesigen Fehlerbalken, der reicht von einer Heizleistung von 0,5 Watt bis 2,3 oder 2,4 Watt. Das ist die Ungenauigkeit. Das suggeriert hier eine Genauigkeit dieser farbigen Balken, die gar nicht da ist, weil hier so ein Riesenfehler drin ist. Und der Fehler kommt dadurch zustande, dass es hier so viele Größen gibt, wie der Kühleffekt durch die Aerosole, die eben hochgradig unklar sind, bisher. Oder zumindest zu dem Zeitpunkt der Erstellung dieses Bildes war das unklar. Heute weiß man das möglicherweise ein bisschen genauer. Aber ich habe, das ist einfach erstmal ja die Einführung. Okay, also, aber es sind niedrige Werte, wieso soll das denn dann so viel wärmer werden, dass wir im Winter keinen Schnee mehr haben? Kurze Überlegung dazu. Also, die Solarkonstante, das wissen die Solarenergiebesitzer, also die Photovoltaikbesitzer, die auf dem Hausdach die Solarzellen haben, die machen bei senkrechten Mittagssonnenschein ungefähr 1 Kilowatt Energieeinstrahlung pro Quadratmeter. Und dann gibt es den Wirkungsgrad der Solarzellen nach 20 Prozent. Und so viel Strom kommt dann eben raus. Also, das weiß man. Und draußen im Weltall sind es eben ein bisschen mehr, 1361 Watt pro Quadratmeter. Das wird auf die Oberkante der Atmosphäre eingestrahlt, über den Querschnitt der Erde. Es wird ja nur die Vorderseite der Erde beleuchtet. Und das ist Pi R Quadrat an der Top of Atmosphäre. Und im zeitlichen Mittel auf der Kugeloberfläche, ja, also jetzt rechnen wir die Einstrahlung der Sonne um, also die Sonne steht ja nicht die ganze Zeit mittags genau senkrecht über uns, sondern die geht auf, sie geht unter und in der Handtage ist sowieso dunkel. Da ist Nacht. Und wenn man das mittelt, dann muss man diese Einstrahlung auf den Querschnitt der Erde umrechnen auf die Einstrahlung auf die gesamte Erdoberfläche der Kugel. So, der Querschnitt ist Pi R Quadrat, die Oberfläche der Kugel ist 4 Pi R Quadrat. Das heißt, ich muss es durch 4 teilen, dann weiß ich es ganz einfach recht, einfach durch 4, weil die Oberfläche ist 4 Pi R Quadrat und der Querschnitt, der bestrahlt wird, ist Pi R Quadrat. Und dann komme ich eben auf eine Energieeinstrahlung, und das ist jetzt der richtige Wert, den ich hier mit diesem paar Watt vergleichen muss, von 340 Watt pro Quadratmetern. Also gut, das ist das, was wir wirklich im Mittel bekommen, weil nachts die Sonne eben nicht scheint. Das hat schon mal die Hälfte und dann steht sie meistens noch schräg, deswegen Viertel. So, und das entspricht einer Temperatur von 288 Grad Kelvin. Jetzt mache ich eine Plausibilitätsüberlegung. Und zwar, ich sage mal, wir haben jetzt keinen anthropogenen Treibhauseffekt, sondern das, was wir vor der Industrialisierung hatten. Also, wir hatten eine Einstrahlung von 340 Watt pro Quadratmeter, und das entsprach einer globalen mittleren Temperatur von plus 15 Grad Celsius. Also jetzt haben wir plus 16,5 oder so was. Also damals plus 15 Grad Celsius. Das entspricht einer absoluten Temperatur, und damit müssen wir in der Physik rechnen, bezogen auf den absoluten Nullpunkt von 288 Grad Kelvin. So, und jetzt erhöhen wir diese Einstrahlung um 1,5 Watt. Also hier diesen Wert, das ist der Nettoeffekt all dieser Beiträge, die Summe. Um 1,5 Watt. Und machen eine lineare Näherung. Wir sagen einfach, die Temperatur ist proportional zur Heizleistung. Das stimmt jetzt nicht, weil die Abstrahlung geht mit der vierten Potenz usw. Aber für kleine Änderungen kann man immer eine lineare Näherung machen. Das heißt, ich erhöhe die Heizleistung um 1,5 Watt auf 341,5 Watt und überlege dann, um wie viel ändert sich denn diese Temperatur hier. Und wenn ich eine lineare Näherung mache, müsste sie sich um den gleichen Prozentsatz ändern, wie eben die 340 zu 341,5. Und das macht eben 1,3 Grad. Also eine lineare Ernährung. 340 zu 341,5 verhält sich wie 288 zu 289,3. Drei Satz. Okay, 1,3 Grad. Und das ist die Erwärmung, die wir heute haben. Wir haben ungefähr 1, also von mir aus auch 1 Grad. Das schwankt immer ein bisschen je nach Bezugspunkt. Also 1 Grad Erwärmung gegenüber wann. Es war nämlich vor 150 oder 200 Jahren mal ziemlich kalt. Aber sie haben ungefähr dieses etwas mehr als 1 Grad Erwärmung. Das heißt, mein Plausibilitätstest, dass diese relativ geringe Heizleistung zusätzlich tatsächlich rund 1 Grad Erwärmung oder eben in dieser Rechnung 1,3 Grad Erwärmung ergibt, die sagt, dass dieser ganze Ansatz vielleicht doch ziemlich plausibel ist. Obwohl es nur geringe zusätzliche Heizleistungen sind. Also der wichtige Punkt ist, dass ich mit der absoluten Temperatur rechnen muss hier. Es geht von 288 Grad Kelvin auf 289,3 Grad Kelvin hoch. Okay, ja und was sind die wichtigsten Beiträge? Wir sehen hier rot. Das sind die positiven Beiträge. Methan, äh, Kohlendioxid hauptsächlich. Dann Methan. Und dann haben wir hier noch ein paar andere Treibhausgase hier. Also das ist N2O und dann Halocarbone, also Halogen, Chlor oder solche Verbindungen. Die machen auch ziemlich viel. Dann haben wir hier noch einen troposphärigen und stratosphärigen Effekt. Was das genau ist, da muss man den Text lesen. Und so weiter. Und dann haben wir zwei wesentliche Aspekte der Kühlung. Sonst wäre es noch viel wärmer. Das eine ist der direkte Effekt der Aerosole. Also wenn wir eine dunstige Atmosphäre haben, dann wird relativ viel Sonnenlicht gar nicht bis zum Erdboden runterkommen, um den aufzuheizen, sondern wird sofort wieder reflektiert. Und es gibt einen Wolkenalbedo-Effekt durch die Aerosole. Durch Aerosole, also Luftverschmutzung, wenn man so will, da gibt es mehr Wolken. Und die isolieren auch tagsüber zumindest gegenüber der eingestrahlten Sonne. Es gibt auch so einen blauen Effekt. Und zusammen gibt es dann diesen Netto-Erwärmungseffekt, hauptsächlich durch die beiden Treibhausgase oder auch die gelben hier, also die drei Treibhausgase, die ich genannt habe. Und hier gibt es noch Solar Irradiance. Das ist so ein Argument, was immer mal diskutiert wird, dass tatsächlich es wärmer wird, weil die Sonne intensiver wird. Aber die Sonne befindet sich, unsere Sonne, im Zustand des Wasserstoffbrennens. Und sie gehört zu den nicht veränderlichen Sternen. Und sie zeigt einen Zyklus alle elf Jahre und auch längerfristige Zyklen, wie diese Sonnenflecken Minimumar. Aber da haben wir Strahlungsleistungsänderungen von unter 0,2 Watt pro Quadratmeter. Und das kann nach allem, was wir über unsere Sonne wissen und auch inzwischen gemessen haben, nicht die aktuelle Erwärmung erklären. Es gibt da einen Erwärmungseffekt durch die Sonne. Also da steht ja da, dieser kleine rote Balken. Aber es wird schon wärmer wegen unserer Treibhausgase. Und für die ganz großen Zweifler, wenn jemand zweifelt, dass das CO2 in der Atmosphäre zugenommen hat, dann kann er einfach jedes Jahr die CO2, da kann man so Messgeräte kaufen, in seinem Wohnzimmer oder auf seinem Balkon messen. Und die CO2-Konzentration nimmt zur Zeit, was hatte ich gesagt in der letzten Vorlesung, um 2,5 Parts per Million jedes Jahr zu. Und das ist schon wirklich auch messbar. Okay, also hier die Aufteilung. Insgesamt aber eben die Information, es gibt viele Beiträge zur Netto-Gesamterwärmung, mehrere Treibhausgase menschlichen Ursprungs, aber auch kühlende Effekte wie die Aerosole. Und das muss man alles berücksichtigen. Die Sache ist also gar nicht so einfach. Gut, wo kommt denn jetzt das CO2 und die anderen Treibhausgase her? Und hier haben wir jetzt so ein Diagramm, das ist vom Assessment Report 5, also auch vom Weltklimarat. Wie gesagt, ist schon ein paar Jahre veraltet, aber so viel hat sich da nun auch wieder nicht geändert. Und was wir hier sehen in der Mitte ist total 49 Gigatonnen. Das sind 49 Milliarden Tonnen CO2. Also das ist das Gewicht des Kohlendioxids, nicht des Kohlenstoffes. Das gibt es auch noch als Angabe der Treibhausgasbelastung nur den Kohlenstoff. Kohlenstoff ist Masse 12, ein Kohlenstoffatom, und CO2 hat aber Masse 44. Das heißt, wenn ich CO2 als Massenangabe habe, habe ich viel größere Milliarden Tonnen, als wenn ich nur mit dem Kohlenstoffanteil rechne. Also auch hier muss man genau angucken, was ist denn angegeben? Sonst sind da auf einmal niedrigere Zahlen und man versteht es gar nicht. Ich versuche hier immer, das Gewicht anzugeben, also die Emissionen in Tonnen, Milliarden Tonnen, und zwar CO2, also für das CO2-Molekül, und dann auch äquivalent, also mit den anderen Gasen. Sonst sage ich immer dazu, es sind nur die energiebedingten CO2-Emissionen, und dann ist das wirklich das CO2 aus der Verbrennung der fossilen Energieträger. Hier ist jetzt die Gesamterwärmung erfasst und nur dieser Parameter ist relevant. Also wen interessiert es denn, was eine einzelne Komponente, also wie Fliegen oder nur Autofahren, beiträgt, wenn ich riesige Emissionen von den Reisfeldern habe? Die muss ich mit reinzählen. Und deswegen äquivalent. Und das steht hier dran, äquivalent oder auch manchmal hier so ein kleines Ä dran oder ein E für englisch äquivalent. Das war 2010 hier. 49, also rund 50 Milliarden Tonnen. Und damit wollen wir auch weiter arbeiten. 50 Milliarden Tonnen, das ist im Augenblick so der Wert, auch 2020, 2021, mit dem wir uns rumschlagen müssen. Und das ist die Menge an CO2-äquivalenten Tonnen, also sehr viel weniger in der Form, anteilig davon von Methan und N2O, weil es einen viel stärkeren Treibhauseffekt hat. Aber es macht eine Erwärmung, als würden wir jedes Jahr insgesamt 50 Milliarden Tonnen CO2 zusätzlich reinpusten. Und hier steht jetzt ein bisschen, woher das kommt. Und da kann man unterscheiden zwischen den Emissionen, zum Beispiel beim Bau eines Hauses, der ganze Beton in einem Haus, das hat ja für die Herstellung CO2 erzeugt, und dann, wenn das Haus betrieben wird, für die Heizung. Und da sehen wir schon, dass das hier ein buntes Ding ist. Das ist nicht einfach bloß Fliegen und mein Privatauto, sondern das sind viele verschiedene Sachen. Hier haben wir zum Beispiel grün. Ja, das sind 25, 24 Prozent AFOLU. Ja, da muss ich jetzt selber nachgucken, was das nochmal mal ist. Jedes Mal muss ich das nachgucken, das kann ich mir echt nicht merken. Das ist Agriculture, also Landwirtschaft, Forestry, Waldwirtschaft and Other Land Use. Also Other Land Use ist OLU. Also das ist die Veränderung des Landnutzens. Also wenn ich zum Beispiel meinen Wald fälle und dann Flughafen baue und da also alles zubetoniere, dann habe ich das Klima belastet. Nicht bloß mit dem CO2-Emissionen bei der Betonherstellung, sondern weil ich den Wald vernichtet habe. Und das muss man mit einrechnen, ist ein Riesenpunkt. Ja, der ist ja fast größer als, nein, nicht größer als die energiebedingten Emissionen, das sind diese hier, Electricity and Heat Production. Das ist der normale Energieverbrauch hier, dieser hellgelbe Abschnitt hier. Der ist fast so groß wie dieses A-Volumen. Und das teilt sich auf hier, Energieproduktion in Energie überhaupt, ja, dann die Industrie, Transport und die Buildings. Die Gebäude tragen hier in diesem Eckenchen hier riesig bei. Gebäude, und wir reden ja immer so viel über Autofahren und über, was haben wir noch, LKWs. Ja, Gebäude, Gebäude sind ein Riesenpunkt. Das werde ich gleich näher noch ein bisschen erläutern. Und hier sind die Gebäude nochmal dabei. Das sind, glaube ich, die direkten, der direkte Verbrauch hier in Form von Heizung. Hier wieder Transport und hier nochmal Industrie. Das eine ist also die indirekten Emissionen, damit überhaupt ein Gebäude dasteht. Und das andere sind die energiebedingten Emissionen während des Betriebes. Und hier gibt es dann noch so einen Other-Energie-Punkt. Und was das genau ist, das kann man aufschlüsseln. Es gibt also, und das soll dieses Diagramm zeigen hier, habe ich gleich noch ein besseres Diagramm, unzählige Beiträge zur Klimaerwärmung von diesen drei Haupttreibhausgasen, CO2, Methan und N2O. Und die müssen wir alle berücksichtigen, wenn wir wirklich die Erwärmung unter Kontrolle bringen wollen, global. Okay, also hier ein Diagramm. Und da habe ich noch ein anderes Diagramm. Ich zeige immer gerne mehrere Quellen aus dem Internet, damit man also einigermaßen sieht, wo die Abweichungen sind. Es gibt also immer wieder Unterschiede, je nachdem, was überhaupt gemeint ist. Oder eben auch einfach Abweichungen in der Erfassung der Daten. Dann kommen andere Zahlen raus. So genau ist das ganze Business also gar nicht. Aber hier haben wir eine Übereinstimmung. Das ist hier vom World Resources Institute. Ist eine andere Quelle, hatte ich in der Einführung nicht genannt. Stimmt aber überein mit den anderen großen Agenturen, die ich letztes Mal als Referenzen angegeben habe. BGR und sowas alles. Und Internationale Energieagentur. Und nur hier, im Unterschied zu den großen Agenturen, sind wieder die Äquivalenten, Gigatonnen E, da steht ein E dran, äquivalente Tonnen angegeben. Das heißt, hier wird der Treibhauseffekt von den anderen Gasen, und das sind die drei Hauptgase plus hier noch ein paar Fluorverbindungen, der Treibhauseffekt von den anderen Gasen, der wird hier umgerechnet, als wäre es eine bestimmte passende Menge an CO2, die zusätzlich emittiert wird. Es wird also alles in CO2-äquivalenter Wirkung ausgerechnet. Na, mal CO2 ist 75%, also hier, das ist der Stand 2016. Es gibt immer die ganz neuen Daten erst mit Verspätung. 2016 war also drei Viertel des anthropogenen Treibhauseffektes CO2, also wirklich das Haupttreibhausgas, aber dann 17,3% Methan und dann N2O noch mal 6%. Also die tragen alle bei und die muss man schon mitschleppen, wenn man nur wirklich über effektive Maßnahmen redet. Ja, und hier sehen wir die Quellen. Das sind jetzt verschiedene Quellen, da gibt es also Energie, und dann gibt es hier noch mal die ganzen Sachen wie Industrie, also Produktion und so, die kommen noch mal dazu. Die reine Energiesache hier, das ist Transport, Strom, Wärme, Gebäude, Produktion und CA4-Verluste gibt es dann auch noch. Das ist alles mit Energie verbunden. Also das wäre sozusagen der Verbrauch an Fossilen im Wesentlichen. Und diese Ströme hier, die in gelb dargestellt sind, die fließen auch tatsächlich hauptsächlich, nicht alle, hier gibt es ein paar, die hier unten nach CA4 abfließen. Das ist zum Beispiel, ja, CA4-Verluste. CA4 ist Erdgas, darüber reden wir dann genauer, was das ist, aber das ist CA4-Methan und ein Teil des Methans aus den großen Erdgaspipleinen, das blubbert einfach raus. Und das haben wir hier. Und das geht in Methan in die Atmosphäre. Es geht nicht wie der Hauptteil des Methans, das haben wir jetzt hier nicht, wo haben wir das Erdgas, wie der Hauptteil des Methans in CO2 durch die Verbrennung, sondern es geht direkt als Methan, als Methan, als Methan-Treibhausgas in die Atmosphäre. Aber der größte Teil dieser energiebedingten, also wo hier Energie dran steht, in gelb und dunkelgelb, der geht in CO2. Und da haben wir unzählige Beiträge. Hier wird also in großen Klassen unterschieden, Transport, dann Strom- und Wärmeerzeugung, Gebäude, Produktion und Verluste. Und hier wieder sehr auffällig die Gebäude, die hier mit 8,5% beitragen zur Gesamtbilanz. Und das haben wir jetzt hier nochmal, also die Gebäude werden hier nochmal, die haben also einen Haufen Strom und Wärme, das sind die direkten Mengen an Gebäudeverbrauch. Und dann gibt es hier nochmal einen kleineren Punkt von 2% zum Bau der Gebäude. Ja, und dann gibt es Eisen und Stahl, Chemieindustrie, diverse Industrie. Hier also unzählige Branchen, die mit ihren Emissionen, aber es ist eben nicht bloß CO2, sondern auch Methan und N2O, beitragen zu den Emissionen an Treibhausgas. Und dann, sehr auffällig hier in diesem Diagramm, die Landwirtschaft. Die Landwirtschaft hier in der Summe insgesamt 11,8%. Hauptsächlich in der Form von Ca4 und N2O. Das heißt, ohne die Landwirtschaft unter Kontrolle zu bringen mit den Emissionen, kriegen wir den Treibhauseffekt, die Erwärmung auch nicht so richtig unter Kontrolle. Und dann haben wir den Wald. Der Wald bewirkt auch durch verschiedene Effekte, das ist hier sehr klein, Burning, Forest Land und Crop. Also die Landumnutzung. Wenn wir Wald abnutzen oder ihn einfach verbrennen, dann haben wir nochmal eine zusätzliche Belastung von 6,5%. Das heißt, wenn wir die Landwirtschaft und den Wald addieren, diese beiden Punkte, dann haben wir hier mehr Belastung als durch den Transport. Und Transport beinhaltet alles. Air, also Luft, Auto und LKW und Schiffe. Lange Rede, kurzer Sinn. Es gibt sehr viele Beiträge zur Nettoerwärmung in den drei Hauptgasen und dann gibt es noch diese Flurverbindungen. Da sind aber ferner Liefer, also drei Hauptgase. Und es ist keineswegs mit den spektakulären Hauptdiskussionspunkten getan. Also mit Elektroautos alleine werden wir das Problem absolut nicht lösen. Es gibt vielmehr auch große Beiträge, zum Beispiel die Gebäude, zum Beispiel die Landwirtschaft, zum Beispiel das Abholzen oder Umnutzen der Wälder. Global, aber auch lokal. Ja, diese Grafik ist interaktiv. Man kann die aufrufen unter dem Link und man kann eine Verbindung anklicken. Dann werden die anderen, wie hier in diesem Beispiel gezeigt, die werden eben dunkel. Also man sieht sie noch andeutungsweise, aber nur ein Balken wird hier mal dick. Und das ist eben das Fliegen. Weil wir sollen ja auch in der Uni Konstanz, wurde ich also aufgefordert, weniger zu fliegen. Ich bin ja seit 14 Monaten im Haus, nicht Hausarrest, heißt irgendwie anders, Home, Homeoffice, Homeoffice, bin sowieso nicht geflogen. Aber jetzt soll ich noch weniger fliegen. Also gut, das ist natürlich schon schön wegen Klima. Aber hier in diesem Diagramm, was nur endlich mal alle Effekte erfasst, 1,9 Prozent. Also wenn wir nicht mehr fliegen, haben wir 1,9 Prozent CO2-Emissionen aus dem Kerosin eingespart. Ja, okay, also es gibt größere Posten. Dann haben wir hier einen anderen Posten, der ist auch ziemlich groß. Und da hatte ich ja gesagt, Hauptemission ist jetzt nicht etwa, dass ich keine Schnitzel oder Gulasch oder sowas mehr essen soll, wegen der Methanemissionen der Kühe, sondern das ist Reis. Methan ist Supfgas und Reisfelder sind so überschwemmt. Und mehr Menschen brauchen eben mehr Reis. Also Reis brauchen wir ja Reis. Also viele Menschen essen ja Reis. Und die Reisproduktion trägt mit 1,3 Prozent zu den CH4-Emissionen, also 1,3 Prozent der totalen Äquivalenz CO2-Emissionen bei. Also es ist nicht ganz so viel wie das Fliegen. Aber die Reisfelder alleine machen als Einzelposten einen erstaunlich großen Beitrag zur Klimabelastung. 1,3 Prozent. Und wie gesagt, das Fliegen 1,9 Prozent in diesem Diagramm. Wie gesagt, das ist immer davon abhängig, welche Institution das auswertet und so weiter. Aber ich fand dieses Diagramm hier wirklich das Umfassendste, um die Komplexität des Problems, also wie groß das Problem wirklich ist und was für einen breiten Sichtwinkel man braucht, um dem gerecht zu werden, das illustriert dieses Diagramm am besten. Ja, und dann haben wir hier noch mal ganz komische Punkte, die sind noch viel größer als Reis und fliegen alleine. Das sind Energy Fugitive Emissions. Das heißt, da sind einfach Leitungen undicht und da kommt Methan raus. Ja, Öl und Natural Gas, Oil, also 3,9 Prozent Klimaerwärmung stammen aus CH4, also Methanemissionen beim Ölbohren oder aus den Pipelines. Ja, und außerdem wird noch eine Menge Erdgas einfach abgefackelt auf den Ölfeldern. Das sind auch riesige, also relativ große Mengen, nicht so groß, aber man könnte ja erst mal an den Stellen anfangen, weil die ja vollkommen sinnlos sind. Man kann ja wenigstens die Pipelines mal abdichten, ja, um das Entweichen des Methans in die Atmosphäre als starkes Treibhausgas zu reduzieren. Ja, und dann kommen wir eben wirklich zu den Hauptpunkten, die auch sehr viel diskutiert werden. Elektroautos, das ist Energy Transportation Road. Das ist also nur Straße, nicht aufgezahlt in PKW und LKW, macht 11,9 Prozent aus. Das ist also so ein 10-Prozent-Posten, das ist aber mit den LKWs. Und LKWs sind zur Versorgung der Bevölkerung nun mal nötig, aber die PKWs, das ist leider nicht aufgeschlüsselt, wie viel Anteil das war, ist ein kleiner, also es ist ein größerer Anteil, sind die PKWs davon, die machen also so 10 Prozent aus, also ein großer Posten. Also bei der Straße anzusetzen mit Elektroautos oder auch bei den LKWs, dass man da irgendwas macht, das ist durchaus sinnvoll. Dann haben wir hier die Buildings, das wäre auch ein 10-Prozent-Posten. Also in der Summe, das ist die Energieversorgung der Gebäude, aber auch die Erstellung der Gebäude, das ist das obere hier, also Electricity and Heat, das wäre auch Heizung und Strom. Und hier, ich glaube, das ist gemeint, dass das der Bau der Gebäude ist, da sind wir auch bei 10 Prozent. Also Mobility auf der Straße, 10 Prozent, über den Daumen gepeilt. Und Buildings, Bau von Gebäuden, also Bürogebäude, Industriegebäude, Wohngebäude und der Betrieb der Gebäude auch nochmal 10 Prozent. Also Gebäude ist ein ganz wichtiger Punkt. Und dann haben wir nochmal 10 Prozent Posten. Also ich habe mal mit den kleinen Posten, Reißfelder und Fliegen angefangen und jetzt bin ich zu den großen Sachen gekommen. Jeweils 10 Prozent Klimaerwärmungsdrive. 10 Prozent nochmal. Hier, und das ist Other Industry. Das ist jetzt gar nicht die Zementindustrie oder die chemische Industrie, die sind extra aufgeführt, sondern das ist Other Industry. Das sind alle möglichen Industrien zusammen, die so eine Industriegesellschaft ausmachen. Also zum Beispiel der Bäcker, das heißt, da weiß ich nicht, ob der unter Industrie fällt, der sein Brot bäckt, der kostet auch Energie. Und das macht 10 Prozent aus. Die Vielzahl von Industriebetrieben. Und da ist es natürlich schwierig, die wirklich zu erfassen. Das sind so viele verschiedene Branchen. Und dann eben der riesige Punkt, den hatte ich aber schon erwähnt, das sind zusammen nicht 20 Prozent, aber 11,8, 12,3, 18,3, also doch fast 20 Prozent. Das ist Landwirtschaft und dann die Landumnutzung, also Landverbrauch und eben die Waldwirtschaft. Und da haben wir hier noch konkret, das ist also Livestock, also Viehhaltung, dann die Bodennutzung durch die Landwirtschaft, dann das Verbrennen von Wäldern und Landfills, das sind Müllhalden. Müllhalden belasten ebenfalls, Methan, Emissionen, Sumpfgas, belasten ebenfalls das Klima. Insgesamt ist das sogar der größte Posten, größer als die 10 Prozent Einzelposten, die ich genannt hatte. Also die Landwirtschaft ist auch ein großer Punkt. Und diese Erkenntnis, dass die Landwirtschaft mit ihrer Aktivität oder die Landumnutzung das Klima so stark erwärmt, also einen großen Beitrag liefert, die hat sich erst vor ein paar Jahren so überhaupt durchgesetzt. Also das Problem ist komplex und es muss in so einem ganzheitlichen Ansatz und natürlich auch global dann wirklich angegangen werden. Ja, hier nochmal die Übersicht, es gibt also unzählige Kleinbeiträge, aber ich habe hier in der Summe mal knapp 50 Prozent, der Rest schlüsselt sich also in Kleinbeiträge auf, die dicksten fünf Posten mal aufgeführt, jeweils rund 10 Prozent. Das ist die Straße, also PKW, LKW, private Gebäude, private Gebäude sind mal extra 10 Prozent, diverse Industrie, ja, diverse Industrie, ja, also die ganze Industrieaktivität einer Industriegesellschaft, das ist übrigens global, das Ganze ist nicht für Deutschland. Also nochmal, das habe ich vielleicht vergessen zu sagen hier, also dieses Diagramm, was ich jetzt die ganze Zeit analysiert habe, ist global. Für Deutschland oder für die Schweiz oder für ein einzelnes Industrieland im Gegensatz zu Indien oder China sieht das natürlich unterschiedlich aus. Da haben wir eine andere Aufschlüsselung, aber das ist der globale Mittelwert. Okay, also hier nochmal die fünf wichtigsten Punkte. Private Gebäude 10 Prozent, diverse Industrie, Landwirtschaft 11, 12 Prozent und Landnutzung auch nochmal fast 10 Prozent. Also das sind die Punkte und wenn man jetzt wirklich das Klima schützen wollte, dann müsste man schon bei den großen Posten mal anfangen und die angehen. Und das wird ja zum Teil auch getan, wenn auch nicht immer mit der nötigen Breite. Allerdings, darauf komme ich später noch, ein Punkt ist wirklich sehr, sehr positiv zu bemerken. Ich weiß nicht, ob ich da, nee, habe ich nicht, da habe ich im Augenblick noch keine Folie dazu. Wir haben seit 2020 oder eigentlich konkret dieses Jahr 2021 in der Europäischen Union den Green Deal, der jetzt aktiv geworden ist, also die grüne Aktion oder wie man es nennen will, von der EU-Kommission und da wird versucht, über die Finanzströme einen Umbau der Gesellschaft in eine nachhaltige Klimaschutzgesellschaft umzubauen. Und sie haben neu ein Gesetzes- oder Regulierungswerk produziert, das ist die Taxonomie und in der Taxonomie, da gibt es unzählige Vorschriften, jetzt kann man natürlich wieder sagen, Bürokratiemonster und so weiter, aber es gibt tatsächlich für jede dieser vielen Branchen, die ich gerade in diesem komplizierten Diagramm gezeigt habe, gibt es Vorschriften, Regulierungen um die CO2-Äquivalent-Emissionen, also inklusive Methan und allem, also da werden auch Kühe erfasst und Wälder, um das wirklich zu erfassen und da die Klimabelastung überall zu reduzieren. Ist sehr komplex, weil die Thematik komplex ist, aber es ist bei Weitem das umfassendste Werk und meines Erachtens auch sehr beeindruckend, bewunderungswürdig, dass also der Thematik dieser Komplexität gerecht wird, indem man wirklich erstmal auch gewichtet, die Hauptfaktoren wirklich auch versucht zu erfassen, aber auch die vielen kleinen Beiträge und das vernünftig ganzheitlich anzugehen. Und das geht über die Störung der Finanzflüsse, finde ich eine gute Idee und das ist, ich gehe nochmal zurück zu dem Bild, weil ich das wirklich sehr beeindruckend finde, wir haben ein extrem komplexes Problem und einfach nur über Fliegen oder über Autofahren zu reden, wird dem absolut nicht Gericht und wird das Problem nicht lösen, sondern es ist hochkompliziert, es sind viele Branchen und viele Aktivitäten der Gesellschaft beteiligt und die Taxonomie der EU versucht dem gerecht zu werden. Muss ich jetzt mal an der Stelle positiv erwähnen. Okay, also das zur Komplexität des Problems und hier die stark vereinfachte Darstellung, die immerhin doch die Hälfte der Emissionen fast erfasst. Gut, das also zum Treibhauseffekt, zu den Treibhausgasen, den natürlichen Treibhausgasen, den anthropogenen Treibhausgasen und den Quellen der doch ziemlich vielen verschiedenen, also es gibt diese Fluorchlor-Verbindungen, die einen starken Treibhauseffekt machen, aber sie nicht ferner liefen, aber dann N2O, Ca4 und CO2, also die Hauptgase und wo sie herkommen, das zum Treibhauseffekt. Jetzt geht es erstmal weiter Richtung ernsten Teil der Vorlesung, also fossile Energien wäre der erste richtige inhaltliche Teil, aber da brauchen wir noch ein paar Definitionen und ich wollte noch über die Speicherung reden am Anfang. Wir machen also weiter mit noch ein paar Definitionen, die wir im späteren Verlauf dann brauchen. Zunächst mal potenzielle Energie. Kann in kinetische Energie umgewandelt werden, es ist also mögliche Energie. Also man könnte zum Beispiel sagen, der Batterie, da ist ja Energie drin, wenn sie geladen ist, das wäre dann potenzielle Energie. Oder wenn ich im Pumpspeicherkraftwerk Wasser in das obere Staubecken hochpumpe, erzeuge ich potenzielle Energie, Lagerenergie, weil irgendwas, was oben liegt und dann runterfällt, das hat potenzielle Energie, weil wenn es runterfällt, also das Wasser aus dem oberen Staubecken des Pumpspeicherkraftwerks in das untere fließt, kann ich über Turbinen da Energiestrom gewinnen. Dann kann ich also diese potenzielle, diese mögliche Energie, der Lagerenergie des oberen Wasserbeckens in echte Energie, also Strom umwandeln. Also zum Beispiel potenzielle Energie im Gravitationsfeld, Pumpspeicherkraftwerk, habe ich gerade versucht zu erläutern, die Höhe, da gibt es eine Formel für, M mal G mal H, Masse des Wassers, mal G, das ist die Erdbeschleunigung, also Maß für die Schwerkraft, und die Höhe, die Höhendifferenz. Masse fällt aus einer Höhe H gegenüber Bezugsniveau 0, also das untere Niveau, herunter, das ist also eine Höhendifferenz. Aber Formel grundsätzlich E ist gleich M mal G mal H. Potenzielle Energie im elektrostatischen Feld, ich kann also auch in meinem Kondensator Energie speichern, leider gehen da nur kleine Energiemengen rein, in so typische Kondensatoren, aber eigentlich wäre es ein sehr guter Speicher für elektrische Energie, denn der Wirkungsgrad ist enorm hoch. Ich kriege auch fast alle Energie wieder raus, aus so einem Kondensator, einem Plattenkondensator, aber die Energiemengen sind sehr klein, und ich bräuchte geradezu astronomisch große Plattenkondensatoren, um ein paar Stunden Strom für die Bundesrepublik Deutschland oder die Schweiz zu speichern. Ja, da gibt es eine Formel für, elektrisch ist Groß Q mal Klein Q dividiert durch R, Probeladung im Feld R, der Ladung Q mit Abstand R, fällt auf Bezugsniveau R, ist gleich unendlich. Das ist also die Coulomb-Formel, die dahinter steckt, ist eine Formel. Und für einen Plattenkondensator, das ist das elektrostatische Punktpotenzial einer Punktladung, das ist 1 durch 4 Pi Epsilon, das ist proportional, deswegen habe ich den Proportionalitätsfaktor weggelassen, das ist also Ladung 1 mal Ladung Zeit gezeigt durch den Abstand. Und wenn der Abstand klein ist, dann ist es eine relativ große Bindungsenergie, wenn er groß ist, dann muss ich Energie aufbringen, um die beiden Ladungen, wenn sie sich denn anziehen, also Plus und Minus, zu trennen. Das ist potenzielle Energie im Potenzial einer elektrostatischen Ladung. Dann potenzielle Energie im Feld der starken Wechselwirkung, Kernkraft, Jukawa-Potenzial, da gibt es auch potenzielle Energie. Und da ist die Formel exponentiell. Das Jukawa-Potenzial ist nicht ein 1 durch R-Potenzial, sondern, das hatte ich in der Kernphysik erläutert, es ist ein Potenzial der Restwechselwirkung, der starken Wechselwirkung zwischen den Quarks. Und da gibt es diese Formel hier, die potenzielle Energie, der Kern der starken Kraft, der starken Wechselwirkung zwischen zwei Nukleon, Neutron und Proton im Feld der starken Wechselwirkung eines Atomkerns. Also wenn zum Beispiel bei der Anlagung eines Neutrons an ein Uran-235, das führt ja dann zur Spaltung des Uran-235, wenn das sozusagen da rein plumpst. Das wird ja angezogen, das Neutron, durch die starke Wechselwirkung, wenn es nah an den Uran-235-Kern herankommt, und wird dann eigentlich beschleunigt, so klassisch gesehen, in den Kern hinein. Und dieses Beschleunigen führt dazu, dass dann das Neutron mit einigermaßen hoher Energie, das sind rund zwei MeV-Energie, in den Uran-235-Kern rein, schlägt und dadurch platzt er dann eben auseinander. Auch wenn das Neutron, thermisches Neutron, ganz langsam ist. Es wird also angezogen, beschleunigt, und diese Beschleunigung ist die Umwandlung der potenziellen Energie, wenn das Neutron weit entfernt ist von meinem Uran-235, gegenüber der Energie, die es hat, wenn es dann in den Kern reingekommen ist, also die zwei MeV. Das ist so wie ein Meteoritenabsturz, der Meteorit kann ja relativ langsam auf die Erde zukommen, dann wird er aber angezogen von der Erde und schlägt mit der entsprechend hohen Geschwindigkeit von der Erdanziehung auf der Erdoberfläche ein. Und das ist diese Formel hier, minus a, e hoch minus b, r, das ist a und b, sind zwei Konstanten, und dann kann man das ausrechnen. Das sind wie gesagt, im Fall vom Neutron, bei Uran-235, sind das zwei MeV. Das nennt man potenzielle Energien, das heißt, wenn das Neutron relativ weit weg ist von meinem Atomkern, dann hat es die potenzielle Energie, die Möglichkeit, dass Energie dadurch frei wird, dass es in das Anziehungsfeld kommt, angezogen wird und beschleunigt wird. Und dann ist es wirklich eine kinetische Energie. Energiequellen beruhen, und das sind hier drei verschiedene Energiequellen. Ach so, ja genau, deswegen habe ich das so aufgeschlüsselt, hatte ich jetzt vergessen, am Anfang zu sagen. Es geht nämlich darum, was gibt es denn überhaupt für Energiequellen, die wir so prinzipiell haben können. Es scheint ja eine unendliche Vielfalt zu geben. Es gibt Wasserkraftwerke, es gibt Photovoltaikzellen, es gibt Windkraftwerke, es gibt Kernkraftwerke, es gibt Kohlekraftwerke, also unzählige Quellen von Energie. Aber dabei haben wir doch eigentlich die Energieerhaltung. Also Energie kann man ja gar nicht erzeugen. Man kann nur eine Energieform in eine andere umwandeln. Und tatsächlich ist es so, dass wir für gewöhnlich potenzielle Energie, also die Möglichkeit von Energie, umwandeln in reale Energie, also Strom oder Wärme. Und das sind die drei großen Hauptquellen, die wir haben hier, nach physikalischen Klassen sortiert. Das eine ist also die Lageenergie, dass irgendwas runterfällt, und dazu gehört eben so ein Pumpspeicherkraftwerk, das ist noch das Einfachste. Dann haben wir alle chemischen Energieformen, und dazu gehört Nummer zwei. Denn, wenn ich Erdöl verbrenne, also Erdöl stammt natürlich eigentlich aus der Sonnenenergie mit den Blättern und der Photosynthese vor Millionen von Jahren und dann ist es in Kohle oder Erdöl oder Erdgas umgewandelt worden. Aber jetzt nehmen wir mal einfach das Erdöl. Das hat chemische Energie und das würde ich nach dieser Form hier, also Probeladung, Feld einer Ladung, kann ich das potenzielle Energie nennen. Denn wenn ich Erdöl oder sagen wir mal Methan, Methan ist schön einfach, wenn ich CH4 verbrenne, mit Sauerstoff reagieren lasse, dann entsteht CO2 und H2O. Und diese beiden Moleküle, CO2 und H2O, haben insgesamt einen viel niedrigeren Energiegehalt, indem nämlich die Elektronen in diesen Molekülen in viel tiefer liegenden Orbitalen angeordnet sind. Also das hat was mit der Quantenmechanik zu tun, aber in CO2 sind die Elektronen von den Kohlenstoff- und Sauerstoffatomen sind bequemer, also bei höherer Bindungsenergie, tiefer unten angeordnet. Und deswegen, weil sie im Methan eben nicht so günstig untergebracht sind, da sind sie bei höherer Energie, deswegen kann man das so sehen, dass beim Verbrennen, also chemisches Verbrennen, von Methan zu CO2 und H2O, dass da Elektronen sich den Atomkernen in diesen stabileren Molekülen, in Endprodukten, CO2 und H2O, dass die näher dran sind an den Atomkernen, also näher dran sind an der positiven Ladung, sind näher dran gekommen. Und das näher dran kommen, das ist eigentlich so etwas ähnliches wie das Runterfallen, also ich hoffe, ich habe es richtig erklärt jetzt, ein bisschen komisch, eine andere Sichtweise, ganz allgemeine physikalische Sichtweise, ich habe die potenzielle Energie von Elektronen, die in Methan weniger günstig untergebracht sind, im Mittel also weiter weg sind von dem positiven Atomkern, positiv geladenen, habe ich in günstigere Orbitale untergebracht, ich habe also potenzielle Energie umgewandelt in kinetische Energie, es wird dann heiß, weil diese stabileren Elektronenbahnen führen dazu, dass Wärme frei wird. Ich habe also potenzielle Energie in den Methanmolekülen umgewandelt in echte Wärmeenergie bei der Verbrennung. Also das Verbrennen hier, die ganzen chemischen Prozesse passen in Punkt 2 und Punkt 3, das Anziehen hier in diesem Potenzial, das Yucaba-Potenzial, das ist die ganze Kernphysik, jedenfalls, ja, das ist die ganze Kernphysik, das ist die Kernphysik der Kernspaltung und auch die Kernphysik der Fusion, wie sie im Sonneninnern stattfindet. Deswegen diese drei grundsätzlichen Energiequellen, die ich habe, Lageenergie, chemische Energie und die Kernenergie. Das sind die Hauptquellen, alles andere ist nur Umwandlung. Also zum Beispiel Windenergie ist letztendlich Fusionsenergie aus dem Zentrum der Sonne durch Erwärmung unterschiedlicher Teile, unterschiedlicher Erwärmung der Erdoberfläche gibt es dann Wind und das ist mechanische Energie und die kann ich mit Windrädern wiederum in Strom umwandeln. Primäre Energiequelle sind die Fusionsprozesse im Innern der Sonne. Gut, also hier, das ist der Ansatz. Es gibt also nur drei grundsätzliche Quellen von Energie, die aber nicht wirklich Quellen sind, sondern es ist potenzielle Energie, die irgendwie gespeichert ist. Energiequellen beruhen auf der Umwandlung von potenzieller Energie auf der Basis einer der drei Wechselwirkungen. Gravitation, Elektromagnetismus, Punkt 2 und starke Wechselwirkung in kinetische Energie, also Bewegung. Wärme ist eigentlich auch sowas wie Bewegung von Molekülen. In eine andere potenzielle Energie, zum Beispiel ein Kernreaktor, treibt ein Pumpspeicherkraftwerk an, dann habe ich es wieder in potenzielle Lageenergie umgewandelt, oder in Wärme. Mechanische Vorgänge gehören da zur elektromagnetischen Wechselwirkung dazu. Also das sind eigentlich eine Einteilung hier meiner Energiequellen in die drei Grundwechselwirkungen, die bei Energieerzeugung und Umwandlung eine Rolle spielen. Schwache Wechselwirkung, das ist die vierte Naturkraft, die spielt hier erstmal keine Rolle. Ja, und es gibt eine enge Verwandtschaft hier für die Physiker der Größen, Wechselwirkung, Kraftpotenzial und Energie. Das ist schon recht wichtig, wenn man so irgendwas ausrechnen will, dass man das auch auseinanderhalten kann. Es sind unterschiedliche Einheiten. Gut, das also ein bisschen in allgemeiner Einleitung. Energie kann nicht erzeugt werden, sondern nur umgewandelt werden und da gibt es im Wesentlichen die potenzielle Energie und dann die verschiedenen Formen der, sagen wir mal, richtigen Energie, also Wärmeenergie oder kinetische Energie. So, und das war diese Folie. Ein bisschen sehr grundlegend vielleicht. Definition große Einheiten. Das habe ich mal versucht. Wir müssen ja eigentlich in Joule rechnen. Das ist die Grundeinheit der Physik, Newtonmeter. Das ein bisschen abzuschätzen, ist zum Beispiel in Joule bei so einem Kraftfahrzeug, ein Auto. Ein Automotor, weiß ich nicht, also die Elektroautos, die haben niedrigere Leistung, dafür einen dreimal höheren Wirkungsgrad, aber so ein normales Auto, so ein Benziner oder ein Diesel, der hat gerne mal 100 Kilowatt, also sonst ist man zu langsam. Also man kann natürlich auch langsam fahren. Ich hatte da als Student einen 34 PS VW Käfer. Also kann man im PS gar nicht mehr in Kilowatt, das sind 20 Kilowatt oder so was oder 22, ist ganz wenig Kilowatt. Da fuhr auch nur 120. Wir wärnten uns aber super schnell auf der Autobahn damals, das ist schon lange her. Und heute unter 100 Kilowatt kauft kein Mensch mehr ein Auto oder eben entsprechend weniger Leistung für Elektroautos, die dann aber trotzdem schnell sind. Das sind 8.640.000 Kilojoule pro Tag, wenn ich das den ganzen Tag fahre. Oder Leistung eines Schnellzuges, so ein Schnellzug wie der ICE ist glaube ich noch mehr, da kommen wir mit 10 Megawatt nicht so weit, aber so ein normaler Schnellzug, der fährt eben auch 120, 10 Megawatt hat die Lok. Und wenn die ganze Tag fährt, sind das 864 Millionen Kilojoule, also eine ganze Ecke mehr, sitzen aber mehr Leute drin. Leistung eines Kraftwerks, das macht 1 Gigawatt, das ist die Leistung und wenn das den ganzen Tag läuft, dann erzeugt es 86 Milliarden Kilojoule pro Tag, 24 Stunden. Also so ein bisschen Zahlenspielerei, dass man mal ein Gefühl bekommt. Also mit Kilojoule kommt man nicht so weit. Wichtig sind also hier diese Kilowatts, das ist die Leistung und damit ich eine Energiemenge bekomme, muss ich das mit der Zeit multiplizieren. Das ist ja klar, eine 100 Watt Birne ist erstmal nur eine Leistung und je länger ich sie anhabe, umso mehr Energie, umso höher ist die Stromrechnung. Das ist dann die Energiemenge. Also Leistung eines Kraftfahrzeugs 100 Kilowatt für so einen Diesel-Benziner, dann Schnellzug 10 Megawatt, ich glaube der ICE, das muss man mal nachgucken, der hat aber 30 Megawatt oder so was, also die Ultraschnellzüge und dann 1 Gigawatt, wobei die hohe Leistung wird nur zum Beschleunigen verwendet beim Zug, aber das ist so ein Richtwert. Primärenergie, das ist Leistungsbedarf 500 Gigawatt, jetzt weiß ich leider nicht ganz genau, nee, das ist der Primärenergiebedarf, also der Strombedarf liegt so, der Anschlusswert liegt so bei 60 Gigawatt, wenn man nur den Strom anschaut, wenn man aber die gesamte Primärenergie nimmt, also mit der Energie, die die Autos brauchen, die LKWs und die Industrie, dann sind wir rund bei 500 Gigawatt gewesen im Jahr 2015, ist das Bezugsjahr, glaube ich, von dieser Zahl, das hat sich jetzt gesenkt, habe ich letztes Mal erklärt, ist also weniger geworden, aber 500 Gigawatt ist eine schöne runde Zahl, kann man gut rechnen und das wären hier diese 43 und dann haben wir hier 18 Nullen, Kilojoule am Tag oder 1,6 mal 10 auch 19 Joule pro Jahr, also Joule, das ist der Sinn dieser Aufzählung hier, bringt es jetzt nicht so richtig, also jedenfalls nicht diese normalen Joule und deswegen arbeitet man, das habe ich letztes Mal schon mal kurz erklärt, in PETA und EXA Joule, an PETA Joule sind es hier noch 15 Joule, an EXA Joule sind es hier noch 18 Joule und das wären dann eben 16 EXA Joule, Primärenergiebetrag pro Jahr in Deutschland, also hier steht es noch mal primär in Deutschland, der Bezugspunkt 2012, das galt aber 13, 14 glaube ich auch noch und jetzt ist eben auf unter 12 sogar abgesunken, 14 EXA Joule, also heute 2021, hatte ich letzte Stunde gebracht, waren das dann noch 11 oder 12 EXA Joules, also deutlich gesunken, das sind 14.000 PETA Joule und ja, wie kann ich die denn erzeugen, wenn ich das alles elektrisch machen wollte, also vieles kommt ja im Augenblick noch in der Form von Erdgas, vor allen Dingen Erdgas, aber auch Kohle und Erdöl rein, das kann man auch in diesen EXA Joule angeben, wie viel das ist, chemische Energie, aber nehmen wir mal an, wir wollten das alles elektrisch machen, also wenn das geht, also alle LKWs sind elektrisch und die chemische Industrie läuft mit dem Stromanschluss und braucht kein Erdgas mehr und so weiter, wenn wir das alles elektrisch machen wollten, dann bräuchten wir 500 Stück 1 Gigawatt Kraftwerksblöcke, also 1 Gigawatt Kraftwerksblock, das ist so ein typischer Block eines Kohlekraftwerks oder eines Kernkraftwerks und Kernkraftwerke hatten wir ja, die sind jetzt die Hälfte stillgelegt und die nächsten sollen jetzt nächstes Jahr glaube ich stillgelegt werden, wie viel gab es da, 10 oder 12 und jetzt sind es noch 6 oder 7, also weiß ich jetzt nicht so genau, aber so größenordnungsmäßig, macht typischerweise 1 Gigawatt, aber um die gesamte Primärenergie in Deutschland zu produzieren, bräuchten wir 500 Stück 1 Gigawatt Kraftwerksblöcke oder sehr, sehr, sehr viele Windkraftwerke beziehungsweise Solarfreizeit, nicht Freizeitpark, wie heißen denn diese großen Solarparks, bräuchten wir sehr viele, wie viele das sind, das werden wir dann noch ausrechnen, aber jedenfalls ist der Primärenergiebedarf, also alle Energie, die Deutschland jedes Jahr verbraucht, der ist ungeheuer und eigentlich bräuchte man 500 Großkraftwerke, wollte man das alles elektrisch machen, das ist also ungeheuer, was eine Volkswirtschaft an Energie verbraucht, nicht nur in Strom, sondern eben der größte Teil in Form von chemischen Energieträgern. Okay, also, heute würde man vielleicht von 11 oder 12 Exajoule für Deutschland ausgehen und die Schweiz und Österreich entsprechend rund ein Zehntel davon. Ja, und jetzt haben wir das Problem der Energiespeicherung, das wollte ich gerne auch noch an den Anfang der Vorlesung setzen, jetzt habe ich schon über eine Stunde wieder geredet, ich komme also wieder nicht zu meinem Öl, aber vielleicht komme ich noch zum Öl, also zum Start der eigentlichen Vorlesung, das ist alles Vorspann hier, um Motivation zu erzeugen, weil wir wollen ja eine Energiewende machen und das wir eine Energiewende machen müssen, das haben wir an den vielen CO2-Emissionen gesehen und der damit verbundenen Erwärmung. Das heißt, die Erwärmung selber hatte ich eigentlich noch gar nicht diskutiert, ich hatte nur gezeigt, wie heftig die CO2-Konzentration und auch die anderen Treibhausgase in der Atmosphäre zunehmen. Und das tun sie, ja, durch Landnutzung und Ähnliches, aber eben also zu zwei Drittel oder drei Viertel aus der Verbrennung der fossilen Energieträger. Das waren 60 Prozent ungefähr. Ja, und da müssen wir eben auf Erneuerbare umsteigen und die Erneuerbaren, die machen keine richtige Grundlast, mit Ausnahme der Biomasse und der Wasserkraft, aber Wind und Sonne fluktuieren. Und deswegen ist die Energiespeicherung so wichtig. Und die Energiespeicherung ist für den Physiker jetzt auch was super Interessantes, weil da kann man sich überlegen, wie kann ich denn Energie speichern? Und eine Idee sind die Pumpspeicherkraftwerke und das ist potenzielle Energie in der Form von Lageenergie. Ja, was haben wir denn überhaupt machen? Also nehmen wir mal an, wir wollen mit einer Masse von einem Kilogramm, also was Handliches, wollen wir Energie speichern. Und ein Kilogramm ist so eine kleine, ist das eine Lithium-Ionen-Batterie vom E-Bike, die wiegt vielleicht ein bisschen mehr, weiß ich nicht, aber nehmen wir an, so ein Kilogramm wäre so die Masse und die wollen wir jetzt in irgendeiner Form mit einer Massenbegrenzung von einem Kilogramm Energie speichern. Wie können wir das machen? Rotationsenergie eines Schwungrades. Ja, Schwungräder. Also da kann ich irgendwie, Schwungräder, haben wir das irgendwo? Nee, das wird glaube ich nicht wirklich praktisch genutzt, mit einer Ausnahme. Es ist sogar an einer Stelle ganz wichtig, diese Schwungräder. Aber ich könnte mir einen Kreisel machen und habe eben ein Schwungrad, was irgendwie eine Masse von einem Kilogramm hat und bringe das ordentlich auf Touren und damit kann ich ja ein Dynamo antreiben und dann die Rotationsenergie, ein halb J-Omega-Quadrat, ist so eine Formel, steht das hier irgendwo, Trägheitsmoment, wo ist denn die Energie? Ein halb J-Omega müsste das irgendwo stehen, steht da natürlich nicht. Okay, also Trägheitsmoment M-R-Quadrat und die Energie des Schwungrades, warum steht die denn da jetzt nicht? Ein halb, ja, also ich sage es dir einfach mal, gibt es eine Formel für die Rotationsenergie, ein halb J ist das Trägheitsmoment, also es ist dieses ominöse, ja, dieser griechische Buchstabe, mal das Quadrat der Umlauffrequenz beziehungsweise der Kreisfrequenz, ein halb J-Omega-Quadrat ist die Energie eines Schwungrades und die skaliert mit dem Quadrat der Umdrehungsgeschwindigkeit in Umdrehungen pro Sekunde und linear mit dem Trägheitsmoment. Das heißt, es ist gar nicht so interessant, das Schwungrad möglichst schwer zu machen, sondern es sollte sich schnell drehen, weil ich damit quadratisch mehr Energie speichern kann. Das bedeutet, wenn ich einen Energiespeicher auf diesem Rotationsprinzip bauen wollte, wäre es sinnvoll, ein Material zu nehmen, was eine hohe innere Festigkeit hat und nicht durch die Fliehkräfte zerrissen wird. Das wäre zum Beispiel Nylon- oder Carbonfasern, obwohl die sehr leicht sind. Also ein Schwungrad aus Blei zu nehmen, ist nicht so geschickt, weil Blei hat keine große innere Festigkeit. Da habe ich zwar ein großes Gewicht, das kann ich dann drehen, aber wenn ich die Umdrehungsgeschwindigkeit erhöhe, dann würde mir das Blei einfach auseinanderfließen. Das heißt, mir zerreißt es das Schwungrad schon bei einigermaßen vernünftigen Umdrehungsgeschwindigkeiten, währenddessen ich ein Material mit einer hohen inneren Festigkeit wie Nylon- oder Carbonfasern, das könnte ich viel schneller drehen. Und da das quadratisch mit der Umdrehungsgeschwindigkeit geht, diese Formel, die ja dummerweise nicht steht, ein halb j Omega-Quadrat, dann gewinne ich da doch viel mehr Speichermöglichkeiten mit höheren Umlauffrequenzen statt höherer Masse. Ich würde also ein 1 Kilogramm schweres Schwungrad nehmen aus irgendeinem super festen Stoff, also Carbonfaser. So, und dann kann ich das ausrechnen, drehe ich als Moment hier, dann geht es noch darum, wie groß das Schwungrad ist, also nehmen wir mal an, ein Meter hier, ein Quadratmeter, dann kann ich da unter idealen Bedingungen mit einer vernünftigen Frequenz hier, das habe ich mal so abgeschätzt, typischerweise 0,15 Kilowattstunden speichern, in einem Schwungrad mit der Masse von einem Kilogramm, bei irgendeiner vernünftigen Umlauffrequenz, hier steht 1,166 Hertz, da habe ich einfach mal so abgeschätzt, 0,15 Kilowattstunden. Das heißt, ich kriege in meinen 1 Kilogramm Batterie auf dem Prinzip des Schwungrades, kriege ich noch nicht mal eine ganze Kilowattstunde rein, das ist jetzt ein bisschen doof, das ist zu wenig. Dann ein Kondensator, ach hier steht sie ja, das ist ja die Formel, 1,5, das ist das Rechheitsmoment, ich habe mir immer J gemerkt, das ist aber dieses ominöse griechische Ding hier, und dann das Quadrat der Umlaufgeschwindigkeit. Das ist die entscheidende Formel hier, und als Umlaufgeschwindigkeit habe ich jetzt 166 Hertz zum Quadrat und Omega ist 2 Pi mal die Frequenz, ich habe es also mit 166 Hertz rotieren lassen, in der Meinung, dass 166 Hertz sind 166 Umdrehungen pro Sekunde, pro Sekunde, das sind ein Haufen Umdrehungen pro Minute, und danach fließt es auseinander, und da komme ich eben auf diese 0,15 Kilowattstunden. Okay, so, geladener Kondensator, Formel ist 1,5 Cu², die haben immer so eine ähnliche Struktur, diese Energieformel. Das ist die Kapazität, also mehr oder weniger Größe des Kondensators, große Platten und so weiter, und das Quadrat der Spannung, also möglichst eine hohe Spannung will ich haben, dann kann ich viel unterbringen, kann ich jetzt rumrechnen, 1000 Volt, Kapazität 1 Farad, ein 1 Kilogramm schwerer Kondensator, kann man im Internet in Elektronikfirmen kaufen, und der sollte möglichst eine hohe Spannung können, weil eben die Spannung bringt viel mehr, als mehr Kapazität wegen dieses Quadrats, dann kann ich vielleicht 1000 Volt, Spannungsfestigkeit, danach explodiert mir der Kondensator, und ein Farad, das ist eine relativ große Kapazität, komme ich auf 0,14 Kilowattstunden, also bringt ungefähr genauso wenig, also Rotationsenergie bringt es nicht, Kondensator bringt es auch nicht so richtig, aber für die Physiker, es ist schon wichtig, dass man die Formel kennt, wenn es um Energie geht, und Klima, aber erstmal Energie. Okay, und dann Energie einer gespannten Feder, das ist ja die gute alte mechanische Armbanduhr, also ich habe so eine Armbanduhr, die kann ich aufziehen, das ist eine Feder, und da ist ja Energie gespeichert, und dann läuft sie ja vielleicht einen Tag, und dann musst du wieder aufziehen, das ist die Feder. Und das kann man mit einer linearen Feder machen, da gibt es die Federkonstante, also wenn ich die einen Meter zusammendrücke, oder einen Zentimeter, brauche ich so und so viel Kraft über den Weg, und das gibt eine Energie, die gespeicherte potenzielle Energie, in einer gespannten Feder, ist ein halb ds Quadrat, also ein halb ist ja 0,5 nicht, also ein halb ds Quadrat, d ist die Federkonstante. So, jetzt brauchen wir eine Federkonstante, und da habe ich gedacht, eine 1 Kilogramm schwere Feder, so eine LKW-Feder wäre das, die kann ich vielleicht mit 1000 Newton, das sind 100 Kilogramm, 100 Kilogramm pro Meter, also die würde ich 1 Meter zusammendrücken mit 100 Kilogramm, das ist eigentlich immer noch eine recht weiche Feder, aber es ist so eine Abschätzung eben, Federweg 0,5 Meter, okay, also nicht einen ganzen Meter, 1000 Newton pro Meter wäre die Federkonstante, also ist schon eine Feder, die kann ich jetzt von Hand nicht mehr so richtig zusammendrücken, brauche ich eben 100 Kilogramm, eine zehnte Tonne, 0,5 Meter, und da kann ich 0,000, 0,000, 3,5 Kilowattstunden unterbringen, also Federn bringen es überhaupt nicht als Energiespeicher, aber gar nicht. Und dann haben wir die Energie eines Speicherkraftwerks, ja, dann nehmen wir mal 1 Liter Wasser, also das funktioniert nicht mit 1 Liter Wasser, das ist ganz wenig Energie, deswegen haben die oben so Speicherbecken, da wird in Kubikmetern, also 1000 Liter Einheiten gerechnet, aber wenn ich 1 Liter, 1 Kilometer hochbringe, also Höhenunterschied zwischen dem unteren Speicherbecken, im Pumpspeicherkraftwerk, und im oberen, kann ich mit einem Kilogramm Wasser 0,027 Kilowattstunden speichern, also diese Energiespeicher, die bringen es alle nicht, Pumpspeicherkraftwerke gehen schon, wenn man riesige Wassermengen rumpumpt, ja, und das geht eben, wenn man so einen See oben auf dem Berg hat, aber ansonsten ist das alles ein bisschen sehr merkwürdig, ja, das sind also keine guten Energiespeicher, um jetzt mal eine Glühbirne eine Stunde brennen zu lassen, ja, eine 100 Watt Glühbirne braucht 0,1 Kilowattstunde, na, nee, gut, also mit dem Schwungrad wird es gehen, ja, könnte man eine Glühbirne eine Stunde brennen lassen, na, immerhin, ja, na gut. Ja, und dann haben wir hier andere Energieträger, geht es weiter, immer noch Masse 1 Kilogramm, einer geladenen Autobatterie, die ist aber 10 Kilogramm schwer, also 10 Kilogramm muss ich dann durch 10 teilen, dann kann man das nachgucken im Internet, was so eine Autobatterie, Bleiakkumulator bringt, 50 Amperestunden und 12 Volt, das ist jetzt nicht so eine riesige Batterie, die gibt es auch bis 24 Volt und mit 100 Amperestunden, aber da kann ich 0,6 Kilowattstunden unterbringen, braucht mir schon ein bisschen mehr, chemischer Energiespeicher, 0,6 Kilowattstunden und hier hatten wir immer 0,1 oder winzige kleine Bruchteile, also das ist schon mal ein vernünftiger Energiespeicher, 0,6 Kilowattstunden pro Kilogramm ist okay. Schokolade, chemischer Energiespeicher, allerdings, wenn ich das umsetze, die potenzielle Energie in der Schokolade, in richtiger Energie wird es einfach warm, weil ich muss die verbrennen, ja. Energie eines Kilogramms Schokolade, 100 Gramm entsprechend 600 Kilokalorien, steht immer im ganz Kleingedruckten auf der Schokolade drauf, also das ist enorm viel Energie, damit läuft ein Mensch nach einem halben Tag, ja, also das ist eine Menge. 600 Kilokalorien kann ich umrechnen, kommen 7 Kilowattstunden raus, und bei 100 Watt, also wenn wir wirklich nur 100 Watt verbrauchen, ist das richtig? Das sind 70 Stunden, ja, es reicht drei Tage. Also an und für sich, wenn wir nur 100 Watt Energie verbrauchen würde, so eine Tafel Schokolade, ach nee, warten Sie mal, nee, Moment, das ist ein Kilogramm, ein Kilogramm, ah, ein Kilogramm, ich habe es auf ein Kilogramm, genau, 100 Gramm, also die typische Tafel Schokolade, ja, also eine Tafel, was gibt es da, ich sage jetzt keine Marke, ja, also eine Tafel Schokolade hat 600 Kilokalorien, und ein Kilogramm hat es das Zehnfache, und das sind 7 Kilowattstunden, das heißt, mit 10 Tafeln Schokolade komme ich drei Tage lang aus, allerdings ist die Ernährung ein bisschen einseitig, dann müsste man noch die eine oder andere Vitamintablette dazunehmen, drei Tage, also 7 Kilowattstunden, Energiespeicher chemisch bringt es, Energie eines Kilogramms Kohle, 8 Kilowattstunden, Kohle und Schokolade, ist ja auch beides so ungefähr schwarz, sind hochdichte Energiespeicher, Fett auch, die liegen alle so bei, ja, 7 ist sogar noch relativ wenig, so bei pro Kilogramm, etwa bei 8 bis 10 Kilowattstunden, sind alle ungefähr ähnlich, nicht ob Kohle, Erdöl und so weiter, pro Kilogramm, 8 bis 10 Kilowattstunden, und es geht immer um Verbrennung zu CO2 für gewöhnlich. Energie eines Kilogramms Uran, jetzt wird es krass, das ist ja die starke Wechselwirkung, und die starke Wechselwirkung, da ist gerne mal ein Faktor 10,06 dazwischen, eine Million, weil es eine andere Wechselwirkung ist, die potenzielle Energie ist viel höher. Das kann man jetzt ausrechnen, der einzelne Spaltprozess Uran-235, das ist also hoch angereichertes Uran-235, denn nur das Uran-235 kann ich spalten, in einem normalen Spaltreaktor, da haben wir pro Elementarprozess rund 200 Megaelektronenvolt, Megaelektronenvolt kann ich umrechnen in Joule, und da komme ich auf ein Energiegehalt pro Kilogramm Uran-235 von 22 Millionen Kilowattstunden, im Gegensatz zu den 10 Millionen Kilowattstunden im Öl, oder in der Schokolade. Ja, das ist ungeheuer, und das war eben die Faszination der Kernenergie. Energie ohne Ende, jede Menge Energie in einem einzigen Kilogramm Uran-235. Okay, jetzt geht es weiter, Fusion ist auch starke Wechselwirkung, aber von leichten Kernen in etwas schwerere Kerne, also Wasserstoff zu Helium, Elementarprozess 4 Wasserstoff zu einem Helium, 20 Megaelektronenvolt pro Fusionsprozess, so, und jetzt haben wir ein Kilogramm Wasserstoff, also ein Kilogramm Wasserstoff ist ja ein Gas, ganz leicht, und das eine Kilogramm Wasserstoff hat einen Energieinhalt, rein rechnerisch, wenn es fusioniert wird zu Helium, von 133 Millionen Kilowattstunden. Das ist also nochmal sechsmal mehr als der Energieinhalt eines 1 Kilogramms von Uran. Das sind also die beiden Kernspaltungs- oder Kernfusions-, also Kernreaktionen, die möglich sind, auf der Basis der starken Wechselwirkung. Faktor 10 hoch 6 oder 10 hoch 7, mehr als bei der chemischen Energie. Ja, chemische Energie bringt es also. Jetzt haben wir also bei der Batterie angefangen mit weniger als einer Kilo, einer Zehntel Kilowattstunde, dann die typischen Werte hier, rund 10 Kilowattstunden pro Kilogramm oder pro Liter für die chemischen Speicher und dann Millionen von Kilowattstunden pro Kilogramm für die Kernenergie. Andere Naturkraft ist da beteiligt. Ja, jetzt hatten wir als erstes ja diesen Rotationsenergiespeicher, der im Vergleich zum Pumpspeicherkraftwerk pro Kilogramm ja gar nicht so schlecht war, wenn es schnell genug rotiert, 166 Hertz. Aber es wird tatsächlich angewandt. Und zwar brauchen wir diesen Speicher für die Kurzzeitstabilisierung der 50 Hertz Netzfrequenz. Netzstabilität über Rotationsenergie. Wir haben ja diese großen Gasturbinen, das ist hier so das Innenleben einer Gasturbine, das sind die ganzen, nicht einer Gasturbine, Wasserdampfturbine oder auch Gasturbine, sind also diese vielen Schaufeln, die die Druckenergie des heißen Wasserdampfes oder des verbrannten Erdgases in Rotationsenergie umwandeln. Das sind alles Schaufeln. Und das sitzt auf einer Achse dann mit einem Dynamo, um das in Strom umzuwandeln. So, und das Ding läuft so, dass man eben mit dem Dynamo 50 Hertz erzeugt. Ballastschwankungen im Sekundenbereich. Puffer ist Rotationsenergie der Kraftwerksturbinen. Das heißt, wenn irgendwo jemand seinen riesengroßen Stromverbraucher einschaltet, zum Beispiel haben wir mit der Vorlesung, jetzt geht es ja nicht in Corona-Zeiten, vor Jahren die Schmelzöfen besichtigt, wie aufs Quarzsand reines Silizium für die Photovoltaik erzeugt wird. Das ist die Firma Wacker Chemie in Burghausen in Bayern. Und da sieht man, wie also dieser Sand in so einem elektrischen Lichtbogen geschmolzen wird. Das ist ein gigantischer Stromverbrauch. Die haben so eine eigene Hochspannungsleitung, die da in das Werk reingeht. Und wenn die morgens ihre Schmelzöfen einschalten mit so einem großen Krabum-Schalter, dann startet der Lichtbogen und dann steigt die Netzlast auf einmal. Auf einmal viel mehr Leistung wird aus dem Netz gezogen. Wo kommt die denn her? Ja, da müssen natürlich Kraftwerke hochgefahren werden, um die zusätzliche Leistung zu erzeugen, damit die Netzspannung nicht absinkt. Aber das geht natürlich nicht so schnell. Wo kommt die denn jetzt momentan her? Es bricht dann die Spannung, die Netzspannung von 240 Volt auf 110 zusammen und alle Lampen werden dunkler. Das passiert ja auch manchmal. Nein, sondern die Netzfrequenz sinkt ab. Weil nämlich diese großen Kraftwerksturbinen, die haben jede Menge kinetische Energie gespeichert. Und wenn jetzt der Widerstand vom Dynamo, dadurch, dass mehr Last abgegriffen wird, größer wird, dann wird diese große Turbine ein bisschen langsamer. Aber es dauert eine Weile, weil eben Rotationsenergie, weil sie langsamer wird, in Strom umgewandelt wird. Das heißt, für sehr schnelle Lastschwankungen im Sekundenbereich dient, die Rotationsenergie dieser riesengroßen Turbine hier, dient als Netzpuffer, bis dann Kraftwerke entweder zugeschaltet werden oder eben hochgefahren werden. Und bei einer Netzüberlastung, Überladung hier, also nein, Überladung, wenn zu viele Kraftwerke an sind, dann sinkt der Widerstand im Dynamo und die Turbine wird bei gleicher Dampfzufuhr plötzlich schneller drehen. Dann steigt die Netzfrequenz über die 50 Hertz, die wir in Europa haben. Oder andersrum, wenn jetzt große Verbraucher ihre Maschinen einschalten am Montagmorgen, dann sinkt die Netzfrequenz unter 50 Hertz. Und das merkt man auch. Und zwar gibt es hier diesen Artikel, das ist Heise, die Internetplattform vom 01.03.2018 und da wird beschrieben, das ist ein längerer Text, den will ich jetzt mal nicht vorlesen, aber es gab eine Zeit, da war das Netz überlastet. Das heißt, es wurde zu viel Strom rausgesogen und alle Turbinen in ganz Europa, das ist nämlich zusammengeschaltet, die wurden langsamer. Weil irgendwelche Leute, also oder es ist ein Kraftwerk als Einspeisung ausgefallen, dann passiert dasselbe, es wird zu wenig eingespeist und zu viel Last abgegriffen. Und dann ist der Widerstand dieser Dynamos zu groß und die Turbinen werden langsam, immer langsamer. Und dann sinkt die Netzfrequenz von 50 Hertz auf 49,9 Hertz, auf 49,8 Hertz und so weiter. Und das bedeutet, dass mehr Energie aus dem Netz rausgenommen wird, aus dem elektrischen Netz, als reingespeist wird. Auf die Dauer ist das nicht so gut. Und es gibt immer bestimmte Radiowecker oder so, die nehmen ihr Zeitsignal einfach aus den 50 Hertz. Das heißt, die haben gar keinen eigenen Oszillator oder sowas, sondern die nehmen die 50 Hertz Netzfrequenz und damit zählen die die Zeit. So, wenn jetzt die Netzfrequenz sinkt, dann gehen diese Wecker nach. Und deswegen waren die Leute hier bei Heise am, ich weiß nicht welcher Tag das war, der Artikel ist vom 1.3., vielleicht ist das auch der 1.3. hier. Sie haben heute Morgen ihre Bahn verpasst, weil der Radiowecker einige Minuten hinter der offiziellen Zeit liegt. Und das lag daran, dass an dem Tag oder in der Nacht eine Weile das Netz überlastet war und die Netzfrequenz abgesunken war. Und wir hatten auch mal von E.ON, einem der großen Provider, einen Netzspezialisten da, der berichtet hat, was es für Probleme gibt, das große Netz, das europäische Netz und auch in Deutschland, das zu stabilisieren. Und er meinte, wenn die Netzfrequenz unter so einem bestimmten Schwellwert sinkt, das waren 48 oder 49,5 Hertz, also gar nicht so viel weniger als der Sollwert, dann gibt es Lastabwurf. Es gibt Regionen in Deutschland, die sind dafür vorgesehen, dass der Strom abgeschaltet wird. Ja, da wird also als erstes der Strom abgeschaltet, weil die nicht so wichtig sind, diese Regionen. Er hat uns allerdings nicht erzählt, welche Regionen nicht so wichtig sind. Weiß ich nicht. Also, was wäre denn nicht so wichtig? Ja, muss ich mal überlegen, was ist denn so besonders unwichtig? Welche Regionen? Ja, wäre das jetzt... Ja, nee, ich sage nichts. Ich sage nichts. Also, jedenfalls werden bestimmte Regionen abgeschaltet. Also, wenn irgendjemand abgeschaltet wird, dann weiß er es nicht so wichtig. Jedenfalls um das Netz zu retten, damit es nicht zu stark absinkt, weil das würde dann doch gravierende Schäden hervorrufen. Gut, ja, das ist also die Sache mit der Rotationsenergie. Nur mal als kleiner Ausflug. Ich hatte ja über Speicherung geredet und warum wir Speicherung brauchen, das will ich jetzt am Ende der Vorlesung aber unbedingt noch zu Ende bringen. Jetzt die Batterien. Da hatte ich ja diesen Blei-Akku erwähnt mit seiner 1 Kilowattstunde oder was das war. Inzwischen sind natürlich diese Lithium-Ionen-Batterien allgegenwärtig in den Elektroautos. Das sind die besten Batterien und wir haben ja von der Deutschen Physikalischen Gesellschaft ein Päperchen. Das ist von 2013 auch schon ein bisschen älter. Kann man sich an neuere Sachen sehen. Aber hier sieht man also die Vielfalt an Batterien und wir haben hier die Kosten und Wirkungsgrade sind auch unterschiedlich. Also, wie viel Strom kriege ich denn wieder raus von dem, den ich reingeschickt habe? Und beim Blei-Akku sind es 75 bis 90 Prozent. Das hat mich ein bisschen gewundert. Ich dachte, so ein Blei-Akku käme auch an die 100 Prozent dran. Das heißt, ein Teil der Energie geht als Wärme verloren. Und auch die Lebensdauer ist ja ganz wichtig. 300 bis 2000 Zyklen und ja, ich musste mir für mein Auto jetzt gerade eine neue Batterie kaufen und so richtig billig ist das auch nicht und auch nicht umweltfreundlich, weil es eben Blei ist. Aber die Kosten sind 300 bis 600 Euro pro Kilowattstunde Speicherung. Und hier die Lithium-Ionen-Batterien eben wie gesagt von 2013, da gibt es sicher jetzt bessere. Da haben wir eben eine höhere Zyklen-Festigkeit und das merkt man hier auch. Zum Beispiel die Lithium-Ionen-Akkus sind glaube ich auch in solchen Laptops wie dem, der hier steht, mit dem ich diesen Bildschirm steuere. Und da brauchte ich jetzt die ganze Zeit keinen neuen. Den kann ich also x-mal laden und wieder entladen. Ist also viel besser als ein Blei-Akku. Wirkungsgrad phänomenal. 90 bis 95 Prozent. Die Kosten. Die Kosten halten sich so in der Begeisterung in Grenzen. Diese Dinger sind einfach verflixt teuer. Ungefähr 300 bis 500 Kilowattstunden pro Euro. Andersrum. 300 bis 500 Euro pro Kilowattstunde Speicherkapazität. Lithium-Ionen-Akkus sind teuer. Die sind jetzt vielleicht 2021 ein bisschen billiger geworden. Und hier haben wir es. Die Systemkosten sind sogar noch höher. Wenn wir dann so einen Ladezyklus und sowas dabei haben wollen. Und das war ja lange Zeit das Problem bei den Elektroautos, dass einfach die Batterien den Hauptposten im Preis ausmachen. Das machen sie glaube ich immer noch. Aber die Batterieindustrie hat enorme Fortschritte gemacht. Und deswegen sieht man heute 2021 doch häufiger die Elektroautos übrigens sehr leise, sehr angenehm herumfahren. Ja, hier nochmal ein Vergleich zwischen einer Lithium-Ionen-Batterie und einem Blei-Akkumulator. Ich muss ein bisschen überziehen, weil ich will unbedingt noch den Grund für die Speicherung bringen. 12 Volt, 52 Amperestunden von Vata. Ja, sorry, das ist halt Werbung, aber das ist eine Batteriefirma. Das ist eine Autobatterie. 7 Liter, 12 Kilogramm. Die sind verdammt schwer. Das ist ja auch ein Blei-Akku. Also Preis 64 Euro. Das war allerdings 2000 Irgendwann. Also es ist vielleicht jetzt zauber geworden. 2000 Irgendwann. So, und dann haben wir eine Energiedichte von 0,1 Kilowattstunden pro Liter. Also Litervolumen kriege ich 0,1 Kilowattstunden rein. Und Gewicht ist ganz schlecht. 0,05 Kilowattstunden pro Kilogramm. Also pro Kilogramm Dieselöl 10 Kilowattstunden. Hier 0,05 Kilowattstunden. Ja, und dann kann man ausrechnen, wie weit man kommt. Und für 200 Kilowattstunden mit Blei-Akkus, also so viel braucht ein Auto nicht, aber das hatte ich mal so ausgerechnet, habe ich ein Gewicht von 4 Tonnen. Also man muss ordentlich Blei-Akkus mit sich rumschleppen, wollte man damit ein Elektroauto betreiben. Und anders sieht es mit Lithium-Ionen aus. Da habe ich hier mal als Maßstab genommen so ein Akku, so sieht das aus, von so einem E-Bike. Und da sind wir bei 4.000 Euro. Das war, glaube ich, Stand 2019. Volumen und Energiedichte bei Volumen und Gewicht. Das werde ich gleich noch näher erklären, was das ist. Da sind wir schon, was ist das für ein Faktor, muss ich mal eben gucken. Ich gehe noch mal zum Blei. 0,1 und 0,05, 0,13 und 0,15. Also beim Gewicht vor allen Dingen sind die Lithium-Ionen-Batterien deutlich besser. Der Nachteil ist eben der Preis. 400 Euro für dieses Teil hier. Das ist schon ein Haufen Geld. Und ich komme eben mit einem Gewicht von, also sagen wir mal, wir brauchen 100 Kilowattstunden für so ein Elektroauto. 200 Kilowattstunden ist ein bisschen hoch in der alten Abschätzung hier. Also wenn wir 100 Kilowattstunden brauchen, dann kommen wir mit einigen 100 Kilogramm an Lithium-Ionen-Batterien aus. Aber es ist schon eine Menge Gewicht, die man an Batterien mit sich rumschleppen muss. Und die Kosten sind gewaltig. Aber das ist heute viel besser geworden. Man kommt mit weniger Kilowattstunden aus, an Speicherleistung. Und wir brauchen da natürlich weniger Gewicht und auch die Kosten sind deutlich geringer worden. Also diese Tabelle hier ist ein paar Jahre alt. 2013, nee, das stimmt ja nicht. Ich korrigiere das mal eben hier. 2019 stimmt glaube ich nicht. Es ist noch länger hier. Ich glaube es war 2017. Und das ist heute erheblich besser geworden. Und das ist der Grund, diese Verbesserung vor allen Dingen auch beim Preis und beim Gewicht, dass Elektroautos jetzt dann doch bei einer einigermaßen akzeptablen Reichweite durchaus in den praktikablen Bereich gekommen sind. Also man kann nicht wirklich ein Elektroauto kaufen. Das ist machbar. Allerdings nicht, wenn man zu den ärmeren Leuten gehört. Also ein bisschen Mittel muss man schon haben. So richtig super billig sind die Dinger. Ja, aber trotzdem, selbst mit den Lithium-Ionen-Batterien haben wir einen Riesenunterschied in den beiden großen Daten hier. Das ist die volumenmäßige Energiedichte. Die liegt eben beim Diesel und beim Benzin hier bei rund 10 Kilowattstunden, 5000 Wattstunden pro Liter. Benzin 7000 Wattstunden, also 7 Kilowattstunden pro Kilogramm. Und die Batterien hier, das ist so ein kleines Diagramm hier für verschiedene Batterien, kann man kaum sehen, die gehen maximal beim Gewicht bis zu 250 Wattstunden. Also 0,25 Kilowattstunden pro Kilogramm in der Energiedichte pro Kilogramm. Das heißt, die Batterien sind immer noch ziemlich schwer, um ein bisschen Energie zu speichern. Allerdings ist der Vergleich hier mit Benzin, Kohle, Fett, Zucker und Schokolade nicht richtig valid, also nicht richtig okay. Weil ich muss das durch drei zahlen, weil ich ja mit den Energiespeichern, mit diesen chemischen Energiespeichern aus der Verbrennung erstmal Wärme erzeuge und die kann ich nur zu rund einem Drittel oder einem, ja ein bisschen mehr, 40 Prozent in mechanische Energie umwandeln. Das heißt, dieser Pfeil hier würde sich aufgrund des begrenzten Wirkungsgrades eines Benzin- oder Dieselmotors auf die Hälfte reduzieren. Und dann sieht der Vergleich mit einem Batterieauto schon doch eine ganze Ecke besser aus. Gut, aber trotzdem, chemische Energiespeicher haben einfach verflixt viel Energieinhalt. Warum brauchen wir Strom? Und das jetzt zum Schluss dieser dritten Stunde Energie und Klima. Und das ist eben eines der Kernthemen der Energiewende. Das ist die fluktuierende Einspeisung aus Sonne und Wind. Und da habe ich hier mal von einer Studie, die ist auch schon wieder ein bisschen älter, hier steht jetzt kein Jahr dabei, das war aber 2011. Da wurde modelliert, wenn man also, sagen wir mal 80 oder 90 Prozent, oder 100 Prozent sogar, 100 Prozent Stromerzeugung in Deutschland hat aus erneuerbaren Energien. Da gibt es die sogenannten grundlastfähigen Energien, das ist Wasser, Müllverbrennung, Geothermie und da hat man angenommen 20 Gigawatt. Und das hier ist eine realistische Zeitspanne im Winter mit einem Klima, was wir aus dem Jahr 2013 tatsächlich auch hatten oder 2011. Da war wirklich dieses Klima. Und da nimmt man jetzt anders im Jahr 2050 und das ist hier eine Projektion, 100 Prozent erneuerbare Stromerzeugung im Jahr 2050. Aber das Klima ist das gleiche wie in diesem Modelljahr. Und da wird angenommen Strom und Sonne und so weiter haben sich genauso verhalten, wie in diesem bekannten Jahr 2011. Und man sieht, 20 Gigawatt reicht nicht, weil die rote Kurve hier, das ist die Last. Und die Last ist ganz interessant, das ist eine richtige Last, die gab es wirklich, ja. Also in dieser Zeitspanne, man sieht hier also immer den Tagesverlauf, man sieht sogar die Mittagspause. Das sind nämlich zwei Wochen, das ist Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. Ja und man sieht also, dass morgens am Montag die Leute zur Arbeit kommen und schalten ihre ganzen Apparate ein in der Industrie. Und dann geht der Stromverbrauch hoch von 60 Gigawatt auf 80 bis 90 Gigawatt. Dann gibt es hier eine Mittagspause, am Nachmittag arbeiten sie dann irgendwie nicht mehr so lange. Und in der Nacht geht der Stromverbrauch wieder runter auf die 60 Gigawatt und so weiter. So gibt es hier den Tagesrhythmus und am Wochenende ist es insgesamt weniger. Das ist der Verbrauch und der muss geliefert werden, sonst fällt der Strom aus. Und jetzt haben wir eben 20 Gigawatt, also nur einen kleinen Bruchteil aus grundlastfähigen Quellen, also die liefern ständig Strom. Okay, es ist Bandenergie, nennt man das, weil es über die Zeit hier so ein Band ist. Okay, prima. Ja und der Rest kommt aus Sonne und Wind. Wind ist das Blaue. Es ist Wind eben dummerweise fluktuierend. Da gab es also mal ein paar Tage, da war ordentlich Wind da. Ja, aber dann eine ganze Menge Tage, da war eben viel zu wenig Wind da im Winter. Also so ein winterliches Hoch, da ist Windstille. Es ist eiskalt, aber Windstill. Kein Wind. So, und hier das Gelbe, das ist die Sonnenenergie. Und die Sonnenenergie, die ist also noch schlimmer fluktuierend und zwar gar nicht so sehr wegen Tag und Nacht. Und nachts ist keine Sonnenenergie, sondern wegen des Jahreszeitengangs. Wir haben im Winter, deswegen ist ja Winter, ganz wenig Sonneneinstrahlung, selbst an sonnigen Tagen. Und im Sommer ist die Tageslänge viel länger, die Sonne steht höher, da ist viel mehr Sonnenenergie, die geerntet werden kann. Also hier in diesen Winter zwei Wochen, da ist der Beitrag der Sonnenenergie, dieses gelbliche, die gelblichen Peaks immer nur tagsüber, ist ganz gering. Ja, und jetzt haben wir natürlich das Problem, dass es hier viel zu wenig Stromangebot gibt. Das geht ja nicht. Da muss man jetzt Gaskraftwerke oder irgendwelche anderen Kraftwerke starten, damit der Strom überhaupt erzeugt wird, der hier angefordert wird. Denn das geht ja nicht, hier wird ja zu wenig Strom erzeugt, da wird er ausfallen. Also hier müssen zusätzliche Kraftwerke gestartet werden oder Speicher einspringen, Speicher, die im Sommer, das ist dieses Bild hier, die im Sommer gefüllt werden. Im Sommer haben wir den Windgang ungefähr genauso wie im Winter in Deutschland. Also es gibt relativ viele Tage ohne Wind und dann gibt es wieder Tage mit viel Wind. Aber vor allen Dingen haben wir im Sommer extrem viel Solarenergie. Und hier wurde eben angenommen, dass wir insgesamt 240 Gigawatt installierte Leistung haben und davon sind glaube ich 100 Gigawatt oder so, sind Photovoltaikpanel. Also jede Menge Photovoltaikpanel. Im Winter machen die trotzdem wenig, weil Winter ist, deswegen ist ja kalt, wenig Sonne ist, aber im Sommer ganz viel. Und das, was da überpiekt, über den Verbrauch, alles was hier in der Kurve drüber geht, das können wir speichern für den Winter. Man müsste also Stromspeicher haben, die ein halbes Jahr speichern können. Und das ist schwierig, weil das sind ungeheure Energiemengen und wir reden ja jetzt hier nur über den Stromverbrauch. Da gibt es ja, Primärenergie wäre ja noch viel mehr. Also wir brauchen für die fluktuierende Einspeisung aus Sonne und Wind, brauchen wir Stromspeicher. Und das ist ein offenes Problem, auch heute im Jahr 2021. Ja und wie schlimm es ist, also wie heftig, das zeigen hier diese richtigen Bilder, das waren ja nur so grobe Schemata, die ich gerade gezeigt habe. Das hier ist ein neueres Bild, das habe ich erst vor ein paar Tagen vom VGR, VGB Powertech downgeloadet. VGB, Verein der Großkesselbetreiber. Das sind die großen Kraftwerksbetreiber. Also Großkessel, das ist so ein altertümlicher Ausdruck, aber der VGB, dieser Industrieverband ist dabei geblieben. Das ist ein großes Kessel, also da hatte man diese Dampfverschienen, die mit Kohle befeuert wurden, so wie in dem Film der Titanic, also so mit Kohle. Und das sind große Kessel, da wird Dampf erzeugt und damit kann man Turbinen antreiben. Das sind natürlich auch die Leute, die dann Gaskraftwerke heute oder Kernkraftwerke oder sonst was betreiben und inzwischen auch viele Windkraftwerke, also Windparks betreiben. Und diese Leute, das sind die Erzeuger, die Industrie, die haben also hier die eingespeiste Leistung der Windenergie im Jahr 2016. Und da hatte man schon ordentlich viel installierte Windräder in Deutschland. Und was wir hier sehen ist, das ist eben Stundenwerte sind das, also jede Stunde wurde mal gemessen. Und es wird gezeigt, was in ganz Deutschland, das ist die ganze Region Deutschland, hier onshore, also an Land eingespeist wurde. Und wir sehen hier, dass das ganze Jahr 2016 von Januar bis Dezember, ja da kann man sagen, okay, also Ende Januar, Anfang Februar war mal viel Wind. Und dann haben wir hier im November mal einen Windtag, im Sommer scheinbar ein bisschen weniger Wind, aber auf jeden Fall wird die volle installierte Leistung von 45,9 Gigawatt nie erreicht. Die Skala geht nur bis 35 Gigawatt. Also wenn man die installierte Leistung von Wind nimmt, dann müsste ja wenigstens an windreichen Tagen, wenn in ganz Deutschland Wind ist, dann müssen ja 45,9 Gigawatt erreicht werden. Dann drehen alle Windräder optimal, das wird überhaupt nicht, das gibt keinen einzigen Tag. Die maximale Leistung, weiß ich jetzt nicht genau, war irgendwo bei 30 Gigawatt. Also es drehen nie alle Räder in Deutschland voll. Wir haben also immer sehr viel weniger und die Nettoausnutzung für onshore, wie on here, 16%. Also die haben nur 16% der Nennleistung im Mittel geliefert. Also einen winzigen Bruch da ist, 1 zu 4 oder so, 1 zu 5 sogar. Wo muss ich denn, nee, 1 zu 6 ist das sogar, ist also wenig. Windstromproduktion, insgesamt sind es 65 Terawattstunden, eine ganze Menge, aber das liegt eben daran, dass die installierte Leistung so enorm hoch ist. Aber im Prinzip werden Windräder relativ schlecht ausgenutzt. Das hat was damit zu tun, wie viel Wind onshore zur Verfügung steht. Und im Land, wenn es nicht gerade direkt an der Küste steht, da ist eben nicht so viel Wind. Und je weiter wir von der Küste weggehen, umso weniger Wind. Aber es bedeutet, man muss das irgendwie puffern mit Speichern, weil es ja enorm fluktuiert. Jetzt könnte man sagen, offshore. Also dann gehen wir eben in die Nordsee oder Ostsee raus, da draußen ist ja immer Wind. Und das ist offshore hier. Offshore ist viel weniger installierte Leistung. Und ich gehe nochmal zurück, installierte Leistung hier 45,9 Gigawatt, hier 4,1 Gigawatt. Also viel weniger Offshore-Parks im Jahr 2016. Und in der Tat, das sieht jetzt ein bisschen besser aus. Also im Sommer ist jetzt nicht so viel weniger. Und hier gibt es also im Herbst und im Frühling gibt es also dann Tage, da ist es eben blauer. Sieht irgendwie ein bisschen besser aus. Aber es fluktuiert ja immer noch wie verrückt. Also es gibt eben auch Tage wie hier, da sinkt die Leistung auf Null ab. Das war onshore auch so. Aber die Auslastung ist nicht mehr 16%, sondern 33%. Also wie erwartet, onshore sind die Windräder ein bisschen häufiger an, weil einfach auf hoher See ist eben mehr Wind. Da leuchtet ja irgendwie ein. Also eine bessere Ausnutzung, aber nach wie vor eine heftig fluktuierende Einspeisung. Und immer wenn der Windstrom ausfällt, da muss irgendwas anderes einspringen. Und das geht ja nur tagsüber mit der Photovoltaike. Man muss irgendwas anderes haben, um die Stromversorgung, also die Stromversorgungssicherheit herzustellen. Also ich war schon ein bisschen erschrocken, als ich diese, also ich habe die jetzt in der Vorbereitung der Vorlesung, habe ich das in dieser Deutlichkeit, im Stundentakt, das aufgezeichnet mal gesehen. Das fluktuiert ja wirklich wie verrückt, die Windenergie. Ja und hier haben wir das nochmal, Windstromproduktion im Jahr 2016. Hier ist die Last, das ist also die wirkliche Last über das ganze Jahr. Das sind die einzelnen Wochen und immer am Wochenende ist eine Lücke. Das ist also für das ganze Jahr die Last fluktuiert hier zwischen 50 und 70 Gigawatt für diesen Bereich. Ich glaube, das ist ganz Deutschland hier. Also der Mittelwert der Last bei 54,7 Gigawatt. Und hier haben wir die Einspeisung und das ist, glaube ich, die gesamte Windstromproduktion on und offshore zusammen. Und das ist einfach für, wenn man also nur von diesen Energieformen abhängen würde, dann wäre das ganz erheblich zu wackelig. Und deswegen brauchen wir Stromspeicherung, auch dann, wenn Wind und Sonne noch viel stärker weiter ausgebaut werden. Und bei Sonne, wie gesagt, da kommen wir noch zu, da haben wir nicht unbedingt das Problem mit dem Tagesgang. Also nachts kein Strom und mittags ganz viel, sondern das Problem ist der Jahreszeitengang. Im Winter im Mittel ganz wenig und im Sommer dann eben eventuell, je nach installierter Leistung, gigantische Überschüsse. Wir brauchen also die Stromspeicherung. Und ich glaube, das ist, hoppala, wie weit ist der noch? Ja, genau. Und das sind meine zwei letzten Sachen. Also wie können wir speichern? Und was haben wir an Speichern? Da haben wir eigentlich die Pumpspeicherkraftwerke. Und das sind 50 Gigawatt für mindestens zwei Wochen wäre so eine Abschätzung. Nehmen wir mal an, wir haben eine Dunkelflaute im Winter, die Solarzellen sind verschneit und es ist ein Winter hoch, kein Wind. Dann müssen wir für zwei Wochen die Einspeisung aus Wind und Sonne ersetzen. In so einem idealisierten Szenario, wo wir nur erneuerbare Energien nur noch haben. Und das wären dann 50 Gigawatt plus 20 Gigawatt Bandenergie aus Biomasse und so. Für mindestens zwei Wochen können wir ausrechnen. 50 Gigawatt mal 24 Stunden mal 14 Tage sind 50 mal 24 mal 14 Gigawattstunden. 16.800 Gigawattstunden oder 16,8 Terawattstunden Speicherung. Vorhandene Speicher, Pumpspeicherkraftwerke, da haben wir 6 Gigawatt Leistung. Das ist eine ganze Menge, das würde zwar nicht reichen, aber es ist ja wenigstens schon mal ungefähr, wenigstens mal Gigawatt. Aber die haben alle Pumpspeicherkraftwerke in Deutschland zusammengenommen, haben 40 Gigawattstunden Kapazität. 40. Brauchen aber 16.800. Das heißt, die Pumpspeicherkraftwerke reichen absolut nicht aus, um die fluggerierende Einspeisung, vor allen Dingen in Winterdunkelflauten, zu kompensieren. Also das zeigt, dass diese Speicherung ein Riesenproblem ist, wenn wir wirklich ernsthaft auf Sonne und Wind hauptsächlich umstellen wollen. Batterien von Elektroautos. Nehmen wir an, wir haben 45 Millionen Elektroautos und jedes Elektroauto hat freie Speicherkapazitäten von 10 Kilowattstunden. Das ist schon deutlich mehr als die Pumpspeicherkraftwerke, 450 Gigawattstunden. Reicht aber auch nicht. Und es müssen dann schon alle am Netz sein. Chemische Speicherung. Ja, also was also bleibt, und darüber werden wir in dieser Vorlesung reden, und das finde ich auch super interessant, ist Power to Gas auf Power to Liquid. Also die Umwandlung von Überschüssen aus der Stromerzeugung aus Sonne und Wind in chemische Energieträger. Hatte ich ja gesagt, chemische Energieträger wie Methan oder sowas, die haben einen sehr hohen Energiegehalt und Methan wäre Erdgas. Aber wir haben mindestens 50 Prozent Verlust und daran wird aber entwickelt, dass wir Strom über Elektrolyse tatsächlich in Wasserstoff, das wäre sehr sauber, oder in Methan oder sogar Flüssigkeiten wie Ethanol umwandeln können. Das wäre super. Und daran müssen wir arbeiten. Das ist ein Teil der Thematik in dieser Vorlesung. Ich hoffe, dass ich das jetzt ein bisschen klar gemacht habe, dass wir das Speicherproblem angehen müssen. Aber es ist auch wissenschaftlich gesehen sehr attraktiv. Gut, ja, da wäre ich an der Stelle angekommen, habe noch meinen Speicherteil gebracht. Eigentlich wollte ich mit dem Erdöl anfangen, aber jetzt muss ich zum Schluss noch, und das mache ich jetzt heute aber nicht mehr, noch eine Korrelation bringen zwischen Armut, Energieverbrauch und Geburtenrate. Das hatte ich letztes Mal schon kurz angefangen. Das gehört aber noch mit an den Anfang, um zu dokumentieren, dass wir wirklich einen globalen und ganzheitlichen Ansatz brauchen. Und dann fange ich wirklich in der nächsten Doppelstunde am Donnerstag, nee, Freitag ist das, Freitag, fange ich dann allen Ernstes eben mit dem Erdöl an. Aber ich glaube, ich habe jetzt schon eine ganze Menge Hintergrundinformationen gebracht, weshalb wir uns so breit angelegt, Energie, Klima, Wirtschaft, global, alle Branchen und so weiter mit diesem Problem auseinandersetzen müssen, weil sonst ist es wohl sehr schwierig, das Klimaproblem wirklich ernsthaft anzugeben. Vielen Dank für diesmal und bis zum nächsten Mal.